Es ist soweit, meine Damen und Herren. Jan Langer ist wieder da. Jan ist auch hard to kill. Hallo Jan! Einen wunderschönen guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend, wann immer ihr das hört. Ja, schöne Weihnachten miteinander. Froß neues Jahr! Was für ein Tag. Die Sonne scheint, die Allergien sind im Umfeld, jeder ist am rumkränken, so wie ich. Wer diesen Podcast hört, weiß, ich bin oft krank. Das stimmt eigentlich gar nicht, aber es ist einfach gerade so eine Phase. Aber, was mich glücklich macht, ich habe heute das Vergnügen mit dem Jan, den zweiten Teil unserer Sigalreise zu bestreiten. Den zweiten Hügel quasi, der zweite Berg, die Zugspitze. Wir sind auf der Zugspitze. Keine Ahnung, wo geht man hin? Den Berg aus der Trainingsmontage. Der Hügel, es ist ein Hügel. Es ist ein kleiner Hügel. Aber es geht, wir haben hoch angefangen und wir wollen mal sehen, ob wir immer noch hoch oben sind. Jan, geht es dir gut? Mir geht es ganz wunderbar. Es scheint die Sonne und Allergie quält mich jetzt nicht so. Und falls es dich beruhigt, man hört es nicht bei dir. Das ist gut, da habe ich mich gut ausgerotzt zuvor. Das finde ich super. Wir sprechen ja heute über ein Sigal-Thema, aber ich wollte zuerst noch etwas anderes ansprechen und zwar Nerdquizze, mein Freund. Nerdquizze, ja, das ist okay. Ja, was möchtest du wissen? Ich habe mir ein neuestes Nerdquiz angehört. Teil sieben, ja. Teil sieben, und ich fand es toll, ich fand es super. Denn ich konnte zu Beginn, habe ich gedacht, ja, also wenn ich da dabei gewesen wäre, da hätte ich ja noch abgeräumt. Die Fingerchen knacken lassen und die Folge gestartet, so nach dem Motto, ihr könnt mir gar nichts. Also die Nautilus, das war ja nichts, aber dann wurde es schwer. Dann war ich, ich weiß nicht, wie alle Fragen, ich war da gleich am Einkaufen, dann war irgendwas mit Amiga, irgendwas, keine Ahnung. Dann wurde es schwer. Also Chip und Chap, hallo? Die Ritter des Rechts. Ja, man muss ja ein bisschen einfach rein starten, gerade am Anfang. Absolut. Also meine lieben Zuhörer, die Nerdquizze von Jan, wo findet man die? Die findet man bei Zimbelaffen.de oder, ja, halt im Zimbelaffen-Podcast. Wir haben jetzt, wie gesagt, sieben Stück davon rausgebracht. Und Nummer acht wird, glaube ich, nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Unsere Erscheinungsdaten sind ja immer etwas länger, weil wir treffen uns nur einmal im Monat für eine Aufnahme. Deswegen müssen wir immer gucken, was wir da machen. Letztes Mal haben wir ein bisschen über Musik gequatscht. Das war auch ganz spaßig. Ja, quasi die neueste Ausgabe der Zimbelaffen. Da haben wir so ein bisschen über Musik gesprochen, die uns geprägt hat. Erste gekaufte CD. Was hören wir heutzutage? Wie sind wir da hingekommen? Und so ein bisschen Nostalgie einfach. Und wir sind da alle sehr unterschiedlich unterwegs von unseren Geschmäckern her. Deswegen war das eine sehr, ja, war eine sehr angenehm heterogene Folge. Du bist ja auch also ein bisschen ein Retro-Mensch, oder? Jo. Du magst Retro-Dinge. Dann wirst du dich jetzt freuen. Ich bin gerade bei meiner Mutter im Keller am Aufräumen und habe Dinge entdeckt. Dinge von Interesse. Dinge von, Dinge von meiner Jugend, meiner Kindheit. Ich habe einen riesen, riesen Stapel an Yps-Magazinen gefunden. Krass. Und weißt du was? Du hast die Dinge aufbewahrt? Offensichtlich habe ich das gemacht und ich habe mich auch behalten. Und weißt du was? Ein paar waren noch verschlossen. Mit den Gimmicks? Eins. Ich weiß nicht genau ein paar. Ich weiß nicht, worum ich die habe. Ein paar waren in Folie eingeschweißt ohne Gimmicks. Ich habe keine Ahnung, worum ich die habe. Und ich habe eins gefunden, nicht sogar zwei, mit Gimmick. Und ich habe meine Freundin abends, Schatz, jetzt öffnen wir mal zusammen ein Gimmick aus dem Jahr 1994. Oh mein Gott. Und viele Leute, die diese OVPs haben, denken, oh nein, mach das nicht. Er verkauft mir für 200 Euro. Nein, ich mache es auf. Ich habe es aufgemacht, zack, Folie auf. Und es war das Abenteuer Fernglas drin mit noch Captain Iglo Sponsoring auf der Seite. Ich habe durchgestellt, ich bin ein kleines Kind. Es ist so geil. Es ist toll. Boah, die Yps-Sachen, ne? Ich habe meine lustigen Taschenbücher gefunden. Hm, oh, auch sehr schön. Ich habe etwa 50 Stück gehabt. Zu Glück habe ich hier einen großen Keller, meinen Hobbyraum. Da hat alles irgendwie Platz gefunden. Ich habe meine alten Lucky Luke Hefte gefunden. Noch mit Zigarette auf dem Kauern. Ach ja, da hattest du mal von erzählt. Da hast du auch welche nachgekauft. Ja, gerade vor einem Monat habe ich es auch für eine nachgekauft. Ich bin hier unten. Jetzt habe ich die gefunden. Ich kann mich so in den Arsch beißen. Das ist unfassbar. Und noch vieles anderes. Es ist so toll. Ganz ehrlich, die Vergangenheit war toll. Also mit den Yps-Säften, das ist ja der Hammer, ne? Kannst ja froh sein, dass du die Urzeitkrebse, dass die sich nicht selbstständig gemacht haben bei deiner Mama Keller. Die haben bei mir nicht funktioniert. Die haben nicht funktioniert. Nee, ne? Ebenso retro ist der Film, über den wir sprechen. Denn er kommt etwa aus der gleichen Zeit wie die Urzeitkrebse. Ja, könnte hinkommen. Ja, durchaus. Wir gehen zurück ins Jahr des Herrn. 1990. Lang ist es her. Lang ist es her. Was ist passiert in 1990? Keine Ahnung. Ich war sieben. Du warst... Sechs. Sechs. Ja, wir sind ja alte Männer. Im mittleren Alter. Ich zumindest. Offiziell. Und der Steven Seagal, der hat eine Hochphase. Der hat einen Film abgeliefert zuvor. Above the Law. Nico? Mit einem sehr respektablen Ergebnis. Ja. Auch die Kritiker. Auch wenn du die angeschaut hast, die bekannten Kritiker da. Wie heisst der Vogel? Seskel und Ebert. Die haben den Film ja auch gesehen und gesagt, das ist ein ganz respektabler Film. Kann man sich anschauen. Genau. Die Zuschauer waren überrascht von dem Härtegrad der Action-Szenen. Vor allem der Faustkämpfe. Das war was Neues. Etwas, das man noch nicht so gesehen hatte bis dato. Und ja, es war klar, dass dieser Mann erneut auf der Leinwand erscheinen werden wird. Ja, mindestens einmal kommt er noch. Und das ist dann auch passiert. Ich nehme mal, Warner Brothers hat ihm einfach mal einen Filmvertrag gegeben für Above the Law, nehme ich an. Aber wir schauen mal, wie es funktioniert. Ja. Und dann haben die bemerkt, hey, wir geben dir gleich noch ein... Zieht. Ich frage mich diese Vertragspackages. Man hört immer, das Van Damme hat mal einen gehabt bei, ich weiß gar nicht mehr wo, vier, fünf Filmvertrag. Ich nehme an, Sie gerade hat auch so einen Drei-Filme-Vertrag jetzt bekommen. Nehme ich mal schwer an, so ein Dreier-Paket. Ja, so ein Dreier-Paket könnte schon sein. Aber es ist jetzt natürlich die Frage, ob der den erst nach Above the Law bekommen hat. Aber es könnte ja sein. Ich glaube nicht zuvor. Die wollten zuerst schauen, hey, kommt das an. Wenn das kein Schwein gesehen haben will, dann wäre das ja vielleicht, keine Ahnung. Ja, hätte ja auch so ein One-Trick-Pony werden können. Oder man hätte gesagt, das ist einfach absolut DTV-Ware. Und wir schrauben das Budget runter auf fünf Millionen und machen noch zwei Filme und dann ist gut. Aber man hat auf den Mann gesetzt. Man hat ihm einen Film vorgelegt, der hieß Seven Years Storm. Sieben Jahre Sturm. Stimmt, das war der Working Title, ne? Genau. Und Seven Years Storm ist ein bisschen Scheiss-Titel eigentlich. Ist ein bisschen scheiße. Ja gut, ja, der ist, der sagt nichts. Der ist nicht griffig, da steckt nichts hinter so. Fackeln im Sturm. Sturm der Liebe. Storm. Nee. Hard to Kill ist schon der bessere Titel. Knackig, frisch. Typischer Drei-Worte-Titel. Above the Law. Hard to Kill. Später kommt Mark for Death. Out for Justice. Das ist ja auch so in den ersten Jahren sein Ding gewesen. Diese drei Worte. Wie seine Faustschläge. Genau. Vielleicht war das, hat uns das getriggert, um die Filme gut zu finden. Wer weiß es. Hard to Kill habe ich verdammt eine hart lange Zeit nicht gesehen. Ja, ich auch. Zehn Jahre mindestens. Ja, ich sage mal, ich habe mal grob überlegt. Ich komme auf ungefähr zwölf Jahre recht genau. Ja, kurz bevor ich mal umgezogen bin, da kann ich mich noch an einen so einen feuchtfröhlichen Filmabend noch erinnern, wo wir uns den dann irgendwann nochmal reingeschraubt haben. Ah, schön. Und was ja eigentlich schade ist, es gibt für den Film keine Blu-Ray. Ja. Das ist diese eine DVD mit dem roten Cover, gibt es, glaube ich. Ja, genau. Die von die Warner-DVD, ne? Ich glaube, sonst kam der nicht mehr groß raus in den letzten Jahren. Streaming-Portale kannst du gleich vergessen, da ist er nicht zu finden. Ich habe ja noch, hörst du das? Das ist meine alte Zauber-S. Ich habe die noch. Rappel, rappel, rappel. Da siehst du, wie krank man ist. Ich habe ein paar behalten müssen, weil das Cover ist so geil und ey, meine Kindheit. Aber warum zum Gaia finden diese Filme keine Aufwertung mehr? Warum kommen die nicht mehr raus? Und kann ich den nirgendwo sehen, sonst einfach auf meiner alten DVD? Ich glaube, momentan ist er auf Amazon sogar auch gar nicht bestellbar. Das heißt, du musst schauen, ob du das Teil irgendwo auf Ebay findest oder sonst irgendwo. Das ist doch scheiße. Ich will ein Mediabook. Ich will ein Mediabook. Ja, ein Mediabook weiß ich jetzt nicht. Also ich stehe dem Mediabook sowieso immer ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja, die sehen immer schön aus und die machen sich gut im Regal, keine Frage. Genau. Aber einfach nur eine vernünftige Blu-ray mit einem vernünftig aufgewerteten Ton und mit einem vernünftig aufgewerteten Bild. Das würde mir persönlich vollkommen reichen. Ich bin ja jetzt nicht so der Hüllenfetischist oder so, aber... Du bist der Erzählungsfetischist, nicht der Hüllenfetischist. Ja, tatsächlich. Das wäre schon gut, ja. Eines meiner ersten Mediabooks, die ich gekauft habe. Lieben Dank an Tom Burgas fürs Anfixen auf Mediabooks, du Schwein. So viel Geld ist da schon reingeflossen. Aber ich habe den Patrioten, den Patriot, habe ich auf Mediabook geholt. Ist toll, ist toll, macht Spaß. Und da habe ich die Blu-ray angelegt und bemerkt, naja, so gut ist das Bild jetzt nicht. Haben sie sich gar nicht so viel Mühe mitgegeben, ne? Haben sie eine schnelle, schmale Mark damit gemacht, dass sie dafür 30 Euro so ein Blu-ray rauskicken, so ein Mediabook rauskicken konnten. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie schwer es ist, so einen Film zu restaurieren. Ich habe da keine Ahnung, aber ich habe mir schon erwartet, dass mich das Bild jetzt völlig umhauen, bei gewissen Filmen, bei Heat zum Beispiel. Du packst das Ding an und sagst, boah, ist das gewaltig, das ist schön, das ist toll, macht mir Spaß. Und hier haben sie so, ja, das habe ich heute mit Blu-ray, ist gut. Ich komme den Film weiter 20 Jahre schauen. Ja. Aber mehr ist es eigentlich auch wieder nicht und trotzdem, ich bin froh, wenn diese Filme nochmals eine veröffentlichung bekommen. Dann werden noch ein paar weitere Leute dieses Teil sehen können. Das ist für mich irgendwie, momentan ist es ein toter Film, du kannst ihn nirgendwo richtig sehen. Ja, es würde schon reichen, wenn er mal wieder auf irgendeinem Streaming-Portal erscheinen würde. Oder wenn es halt irgendwie bei Amazon Prime für, von mir aus auch mit Leihgebühr für 1,99 oder so, wenn er da einfach drinstecken würde. Prime hat so viel, so ein großes Angebot. Jeden Scheiß kannst du dir da ausleihen. Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Gut, ich bin Schweizer, für uns ist es eh scheiße, was auszuleihen. Ah, okay, okay. Schweizer bist du permanent im Arsch. Und wenn du mal meinen Twitter verfolgen würdest, du dich permanent mit Amazon Prime, also Prime Video am rumtoben drin. Stimmt, du erzählst es schon mal. Du hast da ein bisschen Probleme mit der Hülle und Fülle, die es da so zur Verfügung steht. Oder da kommt die Ankündigung, hey, ab heute, oder ab 6. Mai habe ich gelesen, Dukes of Hazard auf Amazon Prime. Was, die Serie? Echt? Ich will die wieder sehen. Ein Duke kommt selten allein. Will ich wieder sehen? Und dann schreibe ich denen, ich finde das Teil nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, wie es das nicht. Bis heute Abend wirst du es finden. Es kam nie. Also, ich bin unglücklich. Und ja, weißt du, das mit dem digitalen Ausleihen, ja, kann man vielleicht. Ich denke sogar, Apple könnte ihn haben. Ich bin nicht sicher. Ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Also, du kannst ihn dir ausleihen für 3,98 Euro. Und das ist jetzt mein Problem. Ich hasse es, Dinge digital auszuleihen. Das ist für mich... Du kannst ihn auch digital kaufen. Das geht auch. Ja, aber nochmals, technisch, ob ich es könnte, von der Schweiz bin ich gar nicht sicher. Das ist immer noch ein Problem. Ich weiß es wirklich nicht. Und nochmals, du kaufst ihn nicht. Du kaufst die Lizenz, dass du ihn dir anschauen kannst auf der Plattform. Er gehört dir nicht. Also, du kannst nicht einfach, glaube ich, die MP4 dann runterladen, der gehört dir. Und sollte Apple pleite gehen, ist das Ding weg. Ja, stimmt. Das ist dann weg. Das ist genau wie der gekauften Musik auf Apple. Soll die pleite gehen, ist also gekauft es einfach mal weg. Und ich kaufe ja Musik da. Ich unterstütze noch meine Bands. Ich kaufe Musik. Von kleinen Bands. Damit die Geld verdienen. Das mache ich manchmal. Echt? Ja, wieso nicht? Und ich stream dann auf Spotify später. Damit die so viel wie möglich von mir bekommen, wie ich kann. Aber einfach die kleinen, weißt du nicht. Die ganz großen. Keine Ahnung. Rolling Stones. Nee, das ist auch richtig so. Kann man ja ruhig machen. Übrigens, die DVD kriegst du für 29,99 Euro. Schneppchen. Das ist aber gut. Wo? Wo genau? Ja, auch bei Amazon. Schön. Erhol dir eine, bitte. Ich habe ja schon eine. Aber von halt Drittanbietern. Das ist ja immer die Krux an der Sache. Medimops, oder? Es gibt auch einen Drittanbieter, der, nee, bei Medimops kriegst du sie nicht. Okay. Tatsächlich im Moment. Aber es gibt auch einen Drittanbieter, der bietet die für 49 Euro aktuell an. Und das ist halt frech, ne? Aber die Nachfrage macht den Preis. Ich verkaufe meine Warner VHS für 100. Keine Ahnung. Bei Filmundo. Genau. Dann kriegst du es vielleicht noch. Auf IMDb ist der Film geratet mit einer 5,8. Jo. Jo. Was soll man da sagen? Das ist eine 5,8. Ach, nichts sagt einem das was. Das ist doch. Das ist ja fast wie Casablanca. Das ist ja. Mit 29.000 Bewertungen. Also das ist doch. Hat ja keiner gesehen. Hat keiner gesehen, genau. Die Regie führte Bruce Malmuth. Und der hat ja bereits zwei andere Filme schon im Portfolio. Und zwar Nachtfolg mit Stallone. Kennst du? Ja. Ja, ich habe den mal gesehen, aber ich habe da keine Erinnerungen mehr dran. Das war so ein bisschen Thriller-mäßig, ne? Jetzt nicht völlig überragend, aber auch nicht totale Grütze. Nächste, ein Thriller mit einem Killer in New York, glaube ich. War in New York, glaube ich, oder? Und er und Billy Dee Williams waren es, oder? Die haben da diesen Killer von Rutger Hauer gespielt, durch, ja, auch, glaube ich, gejagt. Der ist nicht mal schlecht. Das ist kein schlechter Film, finde ich. So ein bisschen unterschätzter Stallone-Film. Das wäre mal Podcast-Ware vielleicht. Ich müsste den mal wieder sehen, denn ich könnte auch gut sein, dass ich den unter falschen Voraussetzungen damals geguckt habe. So nach dem Motto, ja, ist ein Stallone-Film, also wird es da wahrscheinlich fetzen wie sonst was, und dann guckst du dir den an und ist halt nicht so. Also ich bin fast der Meinung, der wird dir gefallen, wenn du ihn in der heutigen hohen Altersstruktur, in der wir uns befinden, den wirst du mögen. Und er hat Pentathlon gemacht, der gute Mann. Ja, mit dem guten Dolph, ja, natürlich, den habe ich auch hier irgendwo rumfliegen. Was sagst du, ein Grütze-Film, oder? Der ist gar nicht so gut. Gut. Aber David Sowell spielt mit, und das war doch Hatsch in Starsky & Hatsch. Er ist der Bösewicht. Stimmt, ja. Und das war für mich schon ein Grund, den Film zumindest irgendwie liebevolle Gefühle für ihn zu haben. Und es geht ja um einen Sowjetsportler, der während einer Olympiade oder so abhauen will, oder? Hm, genau. Er ist doch toll. Er ist ein Olympischer Sportler und haut, glaube ich, in die USA ab oder sowas. Und dann wird er da wieder gejagt. Ja, genau. Das ist so dumm. Die Geschichte ist echt dumm. Aber ganz ehrlich, es ist irgendwie toll. Ich meine, es ist, und die wollten ja ursprünglich Craig R. Barksley haben, um Regie zu führen. Also den Regisseur von Action Jackson, von Dark Angel und auch von Sniper 2. Für Pentathlon oder für Hard to Kill? Für Hard to Kill, sorry. Für Hard to Kill, ja, okay. Und dieser hat sich schon damals geweigert, mit Steven Seagal zu arbeiten. Ja, da muss es da wohl irgendwie was hinter der Kamera sich schon ergeben haben, ne? Da frage ich mich, was kann da nach einem Film schon vorgefallen sein? Waren es die Gerüchte? Denn man weiß, Sharon Stone hat sich sehr abfällig über Seagal geäußert nach Nico. Und von anderen Darstellern weiß ich gar nicht groß. Ich glaube, Andrew Davis hatte kein Problem mit ihm. Er hat ja nicht nochmals geholt für Alarmstufe Rot. Also, ich glaube, das hat funktioniert. Nee, ich glaube, das hat doch, ja genau, Andrew Davis ist ja auch maßgeblich dazu, oder kann man ja auch maßgeblich heranziehen dafür, wie Seagal sich überhaupt inszeniert hat. Ja, absolut. Er ist ja auch so eine Art Konstrukteur hinter seiner Filmfigur gewesen. Er hat Seagal gebaut. Ja, genau. Ja, kann man wirklich so sagen. Er ist schuld an allem. In gewisser Weise, ja. Also, ich glaube, Andrew Davis war da nicht das Problem. Aber wir hatten es ja auch in der letzten Folge schon erwähnt. Und da gab es ja vorher schon so Sachen, als er da noch als Martial-Arts-Berater tätig war. Dass Sean Connery das Handgelenk gebrochen hat, war es ja. Oder ja, halt generell der Umgang mit Stuntman, dass da auch mal ein Schlag ein bisschen zu heftig war. Wer weiß, was da alles noch hinter den Kulissen passiert ist. Und auch abseits des Filmgeschäfts vielleicht auch. Die leben da ja alle in einer großen Bubble, ey. Da muss ich ja nur ein Gerücht verbreiten. Und dann, tja, ich weiß nicht. Einige Tage nach unserer letzten Aufnahme, nach Nico, kam mir dieses Video auf YouTube raus. Ein Tag mit Steven Seagal, wo dieser eine Martial-Arts-Typ mit seinem Bruder Seagal in Dubai im MMA-Center besucht hat. Und Seagal mit dem ein bisschen trainiert hat. Das war schon zum einen, also ja, nochmals, wir reden jetzt nicht vom Charakter, wir reden von der, was er kann. Und der kann immer noch zu lang. Also der kann immer noch zu lang, ja. Aber dabei auch eine riesige Scheiße zu sagen. Ist so 50-50, ne? Auf der einen Seite, ich hab's mir ja auch angeguckt, auf der einen Seite war es so, dass ich mir wirklich, bei der Hälfte der Sachen, die er erzählt hat, muss ich mir an den Kopf packen, weil das so unfassbar blöd war, was er da von sich gibt. Aber alles, was mit dem Kampfsport zu tun hatte und den Sachen, der Philosophie dahinter und wie er sich dazu ausgedrückt hat und so. Ich find, das war okay. Ne, auch, dass er so gesagt hat, ne, du musst halt so kämpfen, dass du den Gegner möglichst schnell auf die Matte schickst. Und sobald du am Boden liegst, hast du eigentlich verloren. Und das ist das Ziel des Ganzen. Und genau so haben die das dann ja auch trainiert, ne? Und so hat er das dann ja auch vorgeführt. Und das war schon eindrucksvoll zu sehen, wer da rumgewirbelt ist auf der Matte. Mit seinem Bäuchlein, das er schon hatte. Aber es war immer noch was. Also ich fand, nochmals, er ist 70 Jahre alt und er hat da immer noch was gezeigt. Meine Freundin saß neben mir und so, warum schaffst du dir das an? Bildung? Bildung? Deswegen hab ich es mir alleine angeguckt. Nein, ich lief es meiner Freundin, diesen Dingen auszusetzen, das ist großartig. Aber was er rausgelassen hat, auch von Dingen wie, was war es noch, wegen Gesetz. Wie denkst du über das Gesetz nach, wenn du im Kampf bist? Denkst du überhaupt darüber nach? Stimmt, hat er gesagt, das spielt dann keine Rolle. Also ich töte einfach quasi. Okay. Und dann frage ich mich immer, also ich frage mich dann doch immer wieder, war dieser Mann wirklich mal in einen ernsthaften Kampf verwickelt? Also es sind halt Dinge, die frage ich mich bei jedem. Auch beim Scott Atkins. Der, muss der mal wirklich was zeigen? Muss der wirklich mal was beweisen? Muss der wirklich? Das sind halt, aber das ist, jetzt gehen wir zu tief in die ganze Martial Arts Scheiße rein. Das ist zu krass. Aber ja, das ist ja auch ein Martial Arts Film irgendwie. Wir müssen es kurz erwähnen, oder? Auf jeden Fall. Du hast vollkommen recht. Und wir werden ja auch jetzt, wenn wir dann jetzt uns durch die Story begeben, über die ein oder andere Kampfszenen stolpern. Ach ja? In Not gedrungen. In Not gedrungen. Das Drehbuch zu Hard to Kill hat, zumindest laut IMDb, der Written by Credit geht an Stephen McKay. Aber laut dem wunderbaren Buch Seagalogy von Verne wurde die Story nochmals überarbeitet. Und zwar von Stephen Pressfield, der schon bei Nico rumgedoktert hat und auch bei Free Jack City, bei Ronald Sassett, der auch schon an Alien irgendwie mitgeschrieben hat. Und natürlich hat der große Mann, the man himself, Stephen Seagal, hat selbst noch Hand angelegt. Und etwas könnt ihr mir... Natürlich. Ihr könnt mir etwas glauben. Hand anlegen wird er dieses Video noch mehrmals. Seine spezielle Würze hinzugegeben. Ja, ja. Das ist auch eine schöne Handbewegung. Danke, dass du es gemacht hast. Aber in dieser Handbewegung, wir kommen noch drauf. Wir kommen noch drauf. Der Film hatte ein Budget von, man schätzt, 10 Millionen. Das ist gleich wie bei Nico, oder? War endlich, oder? Ja, war Nico nicht ein bisschen weniger? War es doch gar 8 Millionen, glaube ich. War es 8 Millionen. Oder so ähnlich zumindest. Ja, etwas 8, meine ich. Minimal höher. Er hat in den USA und Kanada 47 Millionen eingespielt. Also mehr als das Vierfache. Das ist doch schön. Das ist einfach 10 Millionen Filme, es kommt 47 zurück. Und da sind noch keine VHS-Verkäufe dabei. Das war ein Riesengeschäft damals, VHS. Auch die DVD später. Auf jeden Fall. Also Warner hat da richtig die Dollarnoten in den Augen gehabt. Ja, und zu Recht. Hätte ich auch gemacht. Du kannst da relativ günstigen Film produzieren. Kommst du das Vierfache zurück. Ja, was willst du noch mehr? Geld willst du mehr? Du willst mehr Geld. Das willst du mehr. Was wir leider nicht wissen, ich glaube Deutschland, ob der im Kino gelaufen ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich nehme mal schwer an. Also wir könnten jetzt noch mal einen Blick in die OFDB gucken, die wissen das ja manchmal. Ach ja, das vergesse ich immer. Aber Moment, ich habe ihn auch direkt. Deswegen habe ich den Jan dabei. Der kann nicht nur tolle Bildchen machen mit meinem Gesicht auf Sigals Oberkörper beim Beischlaf, sondern er kann auch andere Dinge machen. Das werde ich nicht tun, Dominik. Das wirst du nicht tun. Das werde ich nicht machen. Habe ich aber Glück gehabt. Oder Pech gehabt. Ich will dieses Bild nicht mehr arbeiten. Nein, das will niemand sehen. Sonst kann ich nicht mehr schlafen. Nein, nein. Aber es ist schon krass, dass dieses Bild sich bei mir so eingeplant hat damals. Es gibt Menschen, die wir beim Beischlaf einfach nicht sehen, oder? Das ist so traurig. Oh, nee. Das ist traurig. Also, um es noch mal kurz zu verifizieren. 16.08.1990. Soll er im Kino in Deutschland gelaufen sein. Okay, schön. Bin gespannt, wie viele Leute ihn gesehen haben. Das sind, keine Ahnung. Ja, gut. Die Zahlen jetzt zu recherchieren, das springt jetzt gerade den zeitlichen Rahmen hier. Ich notiere es mir, dass wir in der nächsten Aufnahme, die wir haben werden, vielleicht nächsten Monat schon, dass wir kurz die Zahlen in Deutschland von Nikon und Hard2Kill noch bringen, wenn wir sie finden. Ich schreibe das mal an Nikon. Ja, können wir gerne mal nachsuchen. Wer weiß. In Deutschland. Ich schreibe das mal in mein Sheet hier. Das finden wir raus. Das finden wir vielleicht raus. Vielleicht eine kleine Aufforderung an unsere ZuhörerInnen. Vielleicht hat ja jemand eine Quelle gerade am Start. Irgendeine Seite im Internet, irgendeine schlaue Datenbank oder so, die wir noch nicht kennen. Wo solche Zahlen drinstehen. Das wäre doch mal richtig cool. Sehr gut. Und wenn es irgendeinen Schweizer da draußen gibt, der sich erinnern kann. Sorry, ich gehe jetzt gerade das Schweizdeutsch an. Also wenn es irgendeine Schweizer gibt oder zuelost, wo man weiß, wenn Hard2Kill, ist der bei uns im Kino gelaufen? Wenn ja, bitte schiebt uns. So, zurück auf Hochdeutsch. Okay, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich als Schweizer, wir sind ja eigentlich die Einspielergebnisse von Deutschland. Deutschland, scheißegal. Ich habe ja keine Ahnung. Ich bin nur der, der immer leiden musste, weil viele Filme, die bei euch gelaufen sind, bei uns nie zu sehen waren im Kino. Und ich weiß noch, als Exit, wo uns ins Kino kamen, ich habe gezittert, ob ich den im Kino sehen kann. Ich wusste es nicht. Keine Ahnung. Er kam dann auch. Er kam für ein paar Wochen. Er war da. Ich habe ihn gesehen. Aber alles andere, bei uns immer so ein Fragezeichen. Vor allem Anfang der 90er Jahre. Wenn es jemand weiß, der Schweizer Fraktion, bitte, bitte melde dich. Also ich kann dir sagen, das ist im Ruhrgebiet, wo ich ja wegkomme, auch immer noch ähnlich. Da muss ich auch immer gucken. Dass gerade so kleine Nischenfilme, da muss man immer das Kino für suchen. Da muss man dann auch schon mal eine Dreiviertelstunde lang fahren, damit man das in irgendeinem klitschen Kino gucken kann. Mit Originalton? Ja, die großen Ketten, UCI, Cinemark, Sinistar, die haben auch immer noch so eine OV-Vorstellung. Oder so einen Tag, meistens ist es der Montag oder so. Immerhin. Ja, die bieten das immer mal wieder an. Gut, immerhin das. Ja, aber ich sage mal, so kleine Randfilme, jetzt so aktuell, dieser Everything, Everywhere, All at Once, falls du mal von dem gehört hast. Ja, gerade bevor wir aufgenommen haben, war mit dem guten Herr Burgas der Sprachenricht gemacht. Ich habe den gesehen, ich glaube, ich gebe den 10 von 10, das ist ein Megafilm, ich habe nur geweint. Ja, ich habe den nämlich auch jetzt die Tage gesehen und ich fand den auch richtig, richtig geil. Krass, okay, ich werde es mir merken, denn wenn meine Peers mir sagen, das ist ein geiler Thema. Aber wir mussten ein bisschen dafür fahren, weil jetzt auch nicht mal eben im Kino um die Ecke zu sehen. Krass, oder? Ah ja. Ach ja, vielleicht bekommt er, hat er einen Oscar bekommen schon? War da schon ein Oscar? Nicht nix? Nee, nee, der ist ja jetzt erst in der, der geht jetzt in die dritte Woche erst. Und in den USA war der auch erst jetzt, nicht schon früher? Ja, ja, nein, schon. Ja, ja gut, Oscar-Verleihung, was für ein Übergang. Boah, Dominik, Hammer. Alles klar, die Bühne gehört dir, so gute Überleitung habe ich noch nicht hingekriegt. Passiert mir auch selten, ehrlich gesagt. Wir sind im Jahr 1983. Es ist März, nehme ich an, denn es ist Oscar-Verleihung. Und im gleichen Monat erblickt ein kleiner Dominik Huck in der Schweiz das Licht der Welt. Hm, komisch. Ach, sieht einer an. Das ist mal ein Zusammenhang. Währenddessen sind wir in Los Angeles und wir hören einen geilen Score. Nee, 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 nee. Was für ein Score, richtig geil. Ich liebe diesen Score. Er doodelt sich aber auch wirklich permanent durch den ganzen Film, ganz konsequent. Aber ich finde es toll, ich mag dieses, ist es ein Gitarren-Riff? Ja, ist ein Gitarren-Riff, ja, ja. Ich finde das großartig. Ich finde den auch gut. Das bildet, das bildet, das bildet, heißt es ein Bilden, es bildet, es bildet, es bildet gleich so eine Atmosphäre. Ja, klar. Ja, tut, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Nico. Ja. Mit dem Saxophon, ne. Ja, bei Nico war es einfach noch ein bisschen mehr mit diesem Asien angehaucht. Und hier ist einfach eher so, könnte auch, da könnte auch Eric Clapton kurz vorbeigekommen sein und was gespielt haben, so Lethal Weapon-mäßig. So ganz leichter, und dann hat es auch irgendwas dieses, die Musik erinnert mich so auch Detektiv-Film irgendwie, so etwas Detektivisches. Ja, so ein bisschen Krimi-mäßig und dann geht es ja auch direkt los mit der dunklen Gasse. Dunkle Gasse, wie singen ein Mann. Also atmosphären-technisch sind wir da schon direkt auf die richtige Spur gebracht. Genau, dunkler Hafen, Gasse irgendwie, ein Mann steigt aus dem Auto, hat eine riesige Kamera dabei, so ein Geschwür von einer Kamera. Und trägt einen Pferdeschwanz. Herzlich willkommen auf der Welt, kleiner Pferdeschwanz. Ich habe mich noch nie so gefreut, dich zu sehen. Es war, Stevens egal, meine Damen und Herren, er ist, jetzt hat man ihn wirklich fertig gebaut, der Pferdeschwanz ist da, die Haare nach hinten geklebt. Ist das... Ja, sein ganzer Kopf besteht eigentlich nur noch aus Pomade. Das ist schon Gel, da ist Haargel drin, oder? Ja, natürlich. Dass es nach hinten drückt und dann noch... Nein, nein, er hat ganz bewusst sich vor dem Dreh einen Monat lang die Haare nicht gewaschen. Einfach so... Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, wie echt diese Haarpracht denn ist. Wir werden darüber noch sprechen, nehme ich an. Aber hey, das Ponytail ist da und er filmt hinter einer Tonne, versucht zumindest so ein geheimes Treffen zu filmen. Macht das eher schlecht als recht, muss ich sagen. Muss ich jetzt schon lernen. Weil das ist... Mason Storm. Mason Storm. Mason Storm, mit dem wir es ja in diesem Film zu tun haben. Wahrscheinlich werden wir den Namen wie bei Nico wieder gar nicht mehr erwähnen und immer wieder nur über Steven Segal sprechen. Ja, ich habe... Ich befürchte es eben auch. Denn ich wollte es wirklich durchziehen, in meinem Runsheet Storm zu schreiben, aber es ist ja nur noch, als Segal steht. Bei mir auch. Aber es ist Mason Storm. Es ist Mason Storm. Im ersten Satz habe ich noch Mason Storm geschrieben und danach auch immer nur noch Steven. Aber Mason Storm ist wirklich der schlechteste Undercover-Cop, den ich kenne. Also, dass er sich nicht mitten auf die Straße gestellt hat, war auch alles, oder? Absolut. Also, auch wie er mit der Kamera hamptiert, das hätte es vorher noch nie gemerkt. Also, es wirkt sehr unhandelnd. Es ist wie so ein alter Mann, der zum ersten Mal ein iPhone in der Hand hat. Oh, muss ich hier drücken? Oh, es blitzt. Keine Ahnung. Und dann macht er noch Geräusche, kracht die Kamera an den Müllcontainers, jeder es hören wird. Das ist schon kein guter Detektiv, muss man sagen. Nee, nee. Das ist ein Undercover-Cop, oder? Ja, es ist ein Detektiv, ne? Es wurde einfach nur, nee, einfach nur ein Detektiv, der gerade in Zivil unterwegs war. So habe ich es verstanden. Aber ich frage mich immer, was hat der zuvor gemacht? Der ist hinter diesem Calabrese, was er schön mit R ausspricht, Calabrese. Who are the others? Und er ist dem auf der Spur irgendwie, was macht er den ganzen Tag? Ach, du sitzt da im Auto und fährst dem nach? Oder macht er da Abhöraktionen überall? Tja, man weiß es nicht, ne? Aber so als guter LAPD-Detektiv hat er ja auch immer seine Kontaktpersonen. Und wahrscheinlich ist ihm irgendein Tipp gegeben worden, ne? Hat er auch einen Buddy? Wie man jetzt nachgegangen ist? Hat er auch einen Kollegen? Ja, eben. Das sehen wir auch noch kurz. Einen Kollegen kommt noch zu sehen. Also, wir hören dann auch diesen einen Typen im Schatten da. Da können sie sich verlassen. Okay. Oder auf Englisch, you can take that to the bank. Okay. Das ist ein einprägsamer Mann. Äh, wir sehen auch sein Gesicht. Äh, auf der Kamera ist das Gesicht auch zu sehen. Aber die Kamera... Obwohl es egal nicht mehr in diese Richtung gefiltert hat. Egal hat mich. Zu dem Zweitpunkt. Nein. Das ist schon ein bisschen ein Regiefehler, oder? Okay. Der Regiefehler fällt aber auch erst in der 90. Minute auf. Also, von daher... Ja, scheißegal. Ganze scheißegal. Ich denke auch, ist scheißegal. Äh, wir erfahren übrigens auch direkt, worum es geht, ne? Wir erfahren nämlich direkt... Dass ein... Wieder ein Senator gekillt werden soll. Die sind zum Töten da. Ja. Senatoren muss man töten irgendwie. Ganz offensichtlich. Und wir sehen auch das Gesicht eines Mannes, dem man schon von weit weg ansieht, dass er ein Arschloch ist. William Settler. Was für ein Gesicht, oder? Hier noch als Bill Settler im Vorspann erwähnt. Nicht als William Settler. Aber es ist auch vollkommen egal, weil du guckst dem Mann halt ins Gesicht und du weißt, ah, alles klar, das ist also der Bösewicht. Und der hat, keine Ahnung, fünf, sechs Sätze erst gesprochen. Ähm, aber selbst wenn er nicht gesagt hätte, dass er von der Mafia oder von dem Kalabrese verlangt, einen Senator zu töten, er hätte auch einfach nur in die Kamera gucken müssen und die Sache wäre glasklar gewesen. Absolut. Also, der Mann ist geboren, um Böse in die Kamera zu schauen, das ist ganz klar. Ähm, ich bin, ich habe ihn natürlich auch schon gesehen, stirb langsam zwei. Ähm, ja genau, da ja auch der Hauptbösewicht, da, äh, physisch deutlich präsenter. Und mit der schönen Nachtszene, wo er seine Katas machen durfte, eine großartige Szene. Und natürlich, äh, liebe Trekkies, Star Trek Deep Space Nine. Mhm, stimmt. Hat er den Sloan gespielt von der Sektion 31. Auch eine sehr geile Figur und da waren x andere Produktionen. Das ist ein cooler Darsteller, ich finde den richtig cool. Er spielt ja auch nicht immer nur den Bösewicht, muss man auch mal sagen, ne? Ja, ja. Wo hat er nicht den Bösewicht gespielt? Ich bin gerade völlig überfragt, hat nicht mal ein Farmer gespielt irgendwo, irgendwas? Also, ich kann mich daran erinnern, dass er unter anderem auch bei, oh mein Gott, vertue ich mich da jetzt gerade? Sie sind gerade richtig auf dem Schlauch bei dem, ist der noch, was hat er mal was? Er hat bei die Verurteilten auch mitgespielt. Stimmt, aber, genau. Ja, und da war doch nicht einer von den Bösewichten. Stimmt, war, war nicht. Da gehörte er doch eigentlich hier zu dem... War einer der, der, der guten, ja, also der guten, der guten, heftiger. Ja, so ein Einfältiger, ne? Ja, genau, stimmt, stimmt. Ein Einfältiger Charakter, ja. Und die Spiele und Tetris Universum waren noch dabei. Und, also, der hat auch viele Serien gemacht. Das ist ganz bekannt. Homeland, natürlich, man hat immer mit dabei, ja, natürlich. Einfach ein geiler Typ, mag ich sehr. Immer wieder gerne anzuschauen, den Bill Settler. Ja, finde ich auch. Und, ja, die bemerken, oh, da werden gefilmt. Irgendjemand ist da, einer schaut nach, Segal haut ihn kurz mal weg. Und dann flüchtet der Segal in sein Auto. Ja, und haut ab, genau. Erstmal das, erst mal das Heil in der Flucht suchen, ne? Alleine, ah, gut, er hätte die eigentlich auch direkt fertig machen können, aber okay. Habe ich auch gedacht. Normalerweise wäre es egal, ja, fünf Typen, das ist ja kein Problem. Aber hier haut er ab, das sind, ja. Na gut, er ist halt in erster Linie, ist er ein Detektiv, der sowohl, ne, der eigentlich ja nur Kalabrese hinter Gittern bringen möchte, ne? Er will eigentlich nur Kalabrese hinter Gittern bringen und schlittert dann ja da in diese Verschwörung hinein. Vielleicht haut er auch deswegen ab. Vielleicht war ihm das in dem Moment einfach ein bisschen zu viel. Musst er erst mal eine Nacht drüber schlafen. Er reagiert sich dann ja anders ab, ne? Er fährt dann wieder im Auto weg, hat sich dann im Auto vielleicht gedacht, hey, dich die Typen mal umgehauen, ey. Und dann geht er ja zum Glück in diesen Liquor-Store. Muss man, er ruft dann nicht zuerst noch seinen Body an und geht dann in den Liquor-Store, ruft doch noch. Ja, stimmt, ja, ja, doch, nee, der ruft erst, der macht erst den Anruf. Genau, und zwar. Wo das ganze Präsidium mithören kann. Das auch so gleich, oder? Oh, Mason Storm ruft dann. Jeder, jeder zweite Cop scheint gar grob zu den gleichen Hörer mit an und hört mit zu, also das merkt ja keiner, wenn plötzlich, du hörst doch im, also wenn du so, hast du zuerst ein Telefon gehabt, wo du drei Telefone in einer Leitung oder sowas, du hörst es, wenn jemand mithört, man hört es einfach. Das ist halt das typische Klicken vom Ohrhörer, ne? Das hört man einfach. Ja. Jedenfalls, er ruft da seinen Kollegen an, dieser Roger Murto in Light-Version, wo da hast du so ein solider Body, der da sitzt und der, ja, Storm, ja, und schreibt auf, was sagt er ihm noch gleich? Ich, ich habe Calabrese und einige andere auf Kamera und ich habe das Tape bei mir und Kamera verstecke ich irgendwo. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Und, ja, und die Cops hören zu und dann geht es egal, mal spontan einkaufen. Genau, will ein bisschen Shampoos kaufen, will mit seiner Frau ein bisschen feiern. Der kleine Döps zu Hause soll auch noch ein Geschenk kriegen. Deswegen, er sucht sich auch mit Abstand das hässlichste Geschenk aus, was er in diesem Laden finden konnte, glaube ich. Ich musste so an erdenken, als Nicolas Cage am Schluss seiner Tochter diesen abgefuckten Hasen giebte. Ja, der Hase. Es wäre egal, wenn es egal sei, es einem so einen blutigen Hasen gegeben hätte. Ja. Es wäre der gleiche Hase gewesen. Ach, das wäre auch mein Film. Oh, dann wäre mein Kopf geplatzt. Boah, jedenfalls. Ich fand den Ladenbesitzer großartig. So ein richtig abgezockter alter Muffelkopf. Also ich habe den Film zuerst auf Englisch geschaut und da ist egal, got any champagne? Und dann, oh sure, it's right over there next to the caviar. Das ist toll. Und dann auch die Oscars. Ich hasse die Oscars. Wenn ich hier was sehe, ich habe hier auf meinen Monitoren Sex, Gewalt, Drogen. Das ist ein cool. Und das ist alles für vier Dollar. Das ist toll. Und dann, dann, es ist egal, hat dann sein Zeug schon zusammen. Dann kommen einige Leute in eine Bar. Und das ist kein Witz. Vier Typen kommen in eine Bar. Vier so Punks. Einer mit, einer werden wir in zwei Filmen wiedersehen. Ja, werden wir das? Werden wir. Okay. In Deadly Revenge spielt nämlich einer der Kleinen wieder. Der Kleine mit den Tattoos. Ah, stimmt. Das ist Butchi, ist er, glaube ich, in Deadly Revenge. Nein, bitte. Okay. Den erkennst du an den Tattoos. Ja, klar, das ist ja sowieso einer, auch wegen den Tattoos erkennt man den ja so gut. Und der steht ja in unzähligen Filmen. Absolut, absolut. Das ist ja schon zu sehen. Also, das Gesicht erkennt man. Das ist schon, aber das ist auch so ein typischer 90er-Fress. Einfach für mich da richtig eingebrannt. Keine Ahnung. Jedenfalls, einer hat ein Gewehr, zwei haben ein Messer und einer ist einfach da. Keine Ahnung. Es waren vier, oder? Es waren vier Typen, oder? Und die wollen halt das Geld. Genau, es waren. Es sind noch. Sind es noch vier Typen? Es werden nicht mehr vier Typen danach sein. Ja, aber sie stehen halt egal gegenüber. Deswegen waren es bereits vier Typen. Ja, und das Problem ist, nur einer hat ein Gewehr. Das ist halt nicht gut. Und der Ladenbesitzer, ich denke, es wäre ja wohl gar nichts passiert, wenn der Typ einem was an Geld gegeben hätte und dann nicht noch mit dem Baseballschläger, ich kann das in die Fresse hauen. Und da wurde man halt sehr brutal in die Brust getroffen von den Zweiläufigen. Zack. kriegt direkt eine Ladung Schrot ab. Wahnsinn. Also das war schon ein krasser Tod. Einfach so erschossen, ja. Ja. Das ist nicht schön. Und wenn Mason Storm hinter dem Regal geblieben wäre und vielleicht nach hinten gefasst hätte und seine Pistole genommen hätte, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Aber, aber es ist ein Segal-Film. Und Steven Segal muss halt der Welt zeigen, dass er überlegen ist. Wir sind übrigens jetzt gerade in Minute acht oder neun erst. Also wir sind noch wirklich ganz, ganz am Anfang des Films und Steven legt direkt los. Ja, als gäbe es kein Halten mehr. Also wie ich schon gerade sagte, der muss sich wirklich abreagieren. Und zwar sagt dem Typen, der Typ mit der Schrotflinte sagt ihm doch, was lachst du so? Nun ja, ihr seid nur zu viert und du hast nur noch einen Schuss da drin, oder? Und dann wird der Typ mal schnell entwaffelt ihn. Er schießt da sogar einen der Typen, oder? Er schießt einen. Ja, der Schuss löst sich, als er die Schrotflinte wegschlägt. Genau, stimmt. Er schlägt sie weg und der Schuss. Genau, ist einer schon platt. Schnappt er sich ja die Schrotflinte und vermöbelt ihn damit. Genau, herrlich. Und ich glaube, den Typen am Schluss trifft es einfach am härtesten. Den Kleinen mit den Tattoos. Genau, der Kleine mit den Tattoos bleibt übrig und hat das Messer. Und Sigal hat eine leere Schrotflinte. Genau, ich habe noch nie gesehen, dass jemand sein Messer so hält wie dieser Knirps. Ja, keine Ahnung. Ganz merkwürdig, oder? Was hatte der vor? Der hält das ja so mit beiden Händen über den Kopf. Das sah total dumm aus, aber egal. Du hast noch nie eine alte Star Trek-Folge gesehen. Die beiden, die Doppelfaust von Captain Kirk, die kennst du nicht. Das ist ein klassischer Schlag. Nichts gegen die Doppelfaust. Nichts gegen Doppelfaust. Aber zumindest, jedenfalls, da zeigt Sigal eigentlich zum... Es gab vielleicht zum ersten Mal die arrogante Überlegenheit, die er eigentlich in seinen Filmfiguren auszeichnet, oder? Und zwar, er kniet sich dann auch hin. Ach, du hast ein Messer, ich habe ein leeres Gewehr. Aber hey, es ist noch nicht fair. Ich knie mich hin. Ich knie mich hin. Ich weiß, was du jetzt denkst. Meine Waffe ist größer als deine. Ich lege sie weg. Ich lege sie weg. Komm, komm, geht's um. Ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt. Komm, geht's um. Komm, geht's um. Und dann, der Typ läuft einfach auf ihn zu und Sigal macht, was man als Sigal macht. Er lässt ihn leben. Er lässt ihn ja noch leben. Stimmt, er lässt ihn noch leben, aber gut, sie sind alle krankenhausreif. Also Fussballspielen tut er nicht mehr. Also der Fuss, Sigal bricht ihm den Fuss auf eine Art und Weise, wie es, also wenn du das schaust, dann wird dir schon ein bisschen schlecht. Denn der Fuss schaut in eine andere Richtung. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er so schnell keinem Bus mehr hinterherlaufen wird. Also das wäre was gewesen. Hard to Kill 2, wo sich der Gangster an ihm rächen will. Und wir alle rooten für den Gangster, weißt du, wie bei Boyka irgendwie, wir sind jetzt alle für den Bösewicht. Das wäre doch geil, oder? Wird leider nicht mehr passieren. Das wäre gut. Nee, das wird nicht mehr passieren. Aber ja, er macht ihn da relativ schnell fertig. Aber es ist ja das, was ich beim letzten Mal schon sagte. Du darfst Sigal nicht mit einem Messer angreifen. Es ist nicht dein Messer. Es ist Sigalsmesser. Am besten für deine Gesundheit ist, sei nie in einem Sigal-Film. Nicht einfach wegrennen. Einfach wegrennen. Nein, film mich nicht. Nein, ich bin weg. Ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Sonst bist du in Gefahr, einer getötet zu werden, als seine Frau oder Kind, sonst was. Oder du wirst einfach sonst getötet. Aber es ist so ein schwieriger Abend für ihn zu überleben. Ja, einfach laufen. Einfach laufen. Einfach laufen. Sigal ist glücklich. Er fährt nach Hause, im Radio spielt irgendwie ein toller Song. So ein blusiger Funk. Er hört sich nochmal das Band an und überlegt, woher er denn diese Stimme kennen würde. Und das Band packt er ganz auffällig. Die Kamera zielt richtig darauf in seine Weste, die er anhat. So eine geile 1983er Weste. Da haben alle Westen angehabt. Irgendwie ist sehr cool. Coole Kleider übrigens. Also er war gut gekleidet übrigens. Das war ganz nett. Und zu Hause versteckt er die Aufnahme, die Videoaufnahme, die Kamera versteckt er in der Küche in so einem Geheimfach oder so einem Fach im Schrank. Ja, das schien so eine Art, also man sieht es ja später noch im Film, als sie die Kamera wiederholen. Der klappt da ja irgendwas aus der Wand runter. Und es gab ja manchmal, dass man so ausklappbare Bretter hatte in Regalen. Man hat eine Tür aufgemacht und dann konnte so ein Brett rausklappen und dann hat es noch ein bisschen mehr Schneidefläche. Und irgendwie dahinter war da nochmal so ein Geheimfach und da versteckt er die. Genau. Und wir hören schon die Stimme, Mason, bist du da? Und dann sieht man so eine mittelmäßig alternative Frau. Die war schon attraktiv, nehme ich an. Aber die oben an der Teppel steht und Schatz, bist du da? Und Mason hat gesagt, ja, ich komme gleich rauf. Sag dir nicht noch was? Ja, ich nehme noch was. Ich hole noch was zu essen. Die Fastenzeit ist vorüber. Meine Diät auch. Oh Gott. Er hat Diät gemacht. Hätte er das nur später gemacht. Aber er war schon am Diätieren. Okay, schön. Come on, come on. Und geht dann hoch zu seiner Frau. Da ist dir dieses Bild im Flur aufgefangen, dieses selbst gemalte Familienporträt. Oh nein. Ich musste da mal auf Stopp machen. Das hängt genau die Treppe hoch, genau da, wo die Frau halt steht. Oder vielleicht doch. Ihr im Rücken. Aha. Und da ist so ein Familienporträt, selbst gemalt und mit den Köpfen. Okay. Von Segal, seiner Frau und dem Sohnemann. Okay. Was richtig gruselig aussieht. Mal darauf achten. Das sieht man nur in ein paar ganz kurzen Einstellungen. Aber wenn man in einem richtigen Moment Pause macht, dann kann man es auch mal sehen. Ich habe den Film auf der VHS damals so oft gesehen. Bei VHS-Qualität, da sieht man halt, du achst dich auf gewisse Dinge nicht wirklich. Und ich werde bei der DVD jetzt noch, ich werde sie nochmals schauen. Ich werde ihn eh nochmals schauen, noch tausend Mal, aber naja. Ja, Storm geht hoch zu seiner Frau und sie gehen zusammen ins Zimmer seines Sohnes. Oh. Die Familie Storm. Alles so friedlich. Dieses Kinderzimmer, ne? Ich fand jetzt sein Sohn. Der Sohn war okay. Ich meine, der hat ja jetzt auch. Es ist ein, zwei Szenen hat er, mehr hat er nicht. Aber es war völlig okay. War völlig okay. War ja auch so süß. Man dachte, die Musik. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Du weißt einfach, oh, das ist die schöne Familienwelt. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Hier wird nie was Schlimmes passieren. Nie. Vor allem nicht in diesem Kinderzimmer. Das ist ja scheußlich eingerichtet. Mein Gott. Da muss man echt alles zerschießen. Ja, aber echt, ey. Da muss man mit dem Shotgun mal richtig durchgehen. Jedenfalls, das wird gebetet. Ja, ich weiß gar nicht mehr, das Gebet auf Englisch, Deutsch, keine Ahnung, ist egal. Aber ja. Auf Deutsch ist es so ein Reim. Ich bin brav, beschütze mich auf deinem Weg. Wir können, nö, 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 irgendwas. Keine Ahnung, ob es das wirklich gibt. Es ist auch schon sehr, wir haben schon im ersten Film, Nico, haben wir sehr viel Kirche. Also Kirche, wir wussten einfach, es ist was Kirches. Genau, das war nämlich mein Aber. Es kommt nicht auf den Inhalt an, sondern es kommt einfach auf diese Geste an. Es war offensichtlich wieder wichtig, Katholizismus da reinzubringen. Einzubringen oder den christlichen Glauben irgendwie. Genauso wie Nico ja schon davon geprägt war, einerseits. Und dann ja auch andererseits wieder diese Vermischung mit dem Asiatischen. Also ich nenne es jetzt einfach mal Buddhismus. Das war bei Nico ja auch schon ziemlich prägend. Und hier jetzt auch wieder. Also ja. Ich bin gespannt beim nächsten Film, was auch noch irgendwie prägend ist. Es gab offensichtlich mal diese Phase in Seagals Leben, wo der christliche Glauben für ihn eine größere Rolle gespielt hat. Oder projizieren wir es jetzt auf Seagal. Und es ist einfach so mit diesem Glaubenszeug aus den Amerikanern auch noch richtig ab. Die richtige amerikanische Familie. Da hat niemand Sex vor der Ehe. Sex gibt es generell nicht, vor allem nicht im Fernsehen. Man hat eine Waffe zu Hause. Ja, das könnte schon sein. Und man muss einfach, wenn du die perfekte Familie zeigen willst, Mann, Frau, Kind. Stell dir vor, die Frau wäre noch schwanger gewesen. Dann wäre wohl die Sexszene nicht mehr gegangen. Ich könnte mir noch vorstellen, dass in Originalfassung vielleicht sogar die Frau noch schwanger gewesen wäre. Dann hättest du noch mehr Grund gehabt, auszuflippen, wenn die dich aufs Baby geschossen. Egal. Weißt du, was ich meine? Das wäre dann... Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das kann gut sein. Denn das würde dann auch dazu passen, dass er in späteren Werken eigentlich komplett abgeht. Das fehlt ja komplett. Je mehr Seagal ja selber Gewalt über seine Filme nehmen konnte oder Einfluss auf seine Filme nehmen konnte, desto mehr ist das ja in den Hintergrund gerückt. Und desto mehr hat er ja seine eigenen Interessen in den Vordergrund gerückt. Also zum Beispiel Tierschutz oder Umweltschutz, jetzt mal auf die dann noch in naher Zukunft folgenden Filme bezogen. Und ich behaupte auch, sein Einfluss wurde auch größer. Also das ist sein zweiter Film. Und wir waren schon beeindruckt, was für Einfluss er hatte in Above the Law in Nico. Da war er Produzent, da hat eine Story geschrieben, da hat alle irgendwo überall mitgewurschtelt. Und jetzt ist er sein zweiter Film. Und ich denke, seit Einfluss in den nächsten Jahren, vor allem nach 1992, wird er noch massiv wachsen. Deswegen passiert auch das, was noch passieren wird. Was immer es sein will, haben wir keine Ahnung. Aber hier, vielleicht machen wir seinen Einfluss größer, als er war. Wissen wir nicht. Vermutung. Okay, ja, das kann sein. Aber was man schon mal festhalten kann, ist, dass er auf jeden Fall seine Filmfigur jetzt hier mit H2Kill immer weiter zementiert. Ja, total. Aber können wir ja am Ende dann nochmal genauer drauf eingehen. Das Segal-Standard-Typus ist mit H2Kill zementiert worden, wenn du mich fragst. Nach H2Kill war es egal. Diese Segal-Figuren, die vielleicht alle gleich sind, die waren da fertig. Für mich ist der Prototyp abgeschlossen jetzt. Genau, wir sehen hier noch, hier hat er noch so ein paar Ecken und Kanten, aber spätestens jetzt mit H2Kill wird das alles über Bord geworfen. Alles abgeschliffen. So, nicht über Bord, abgeschliffen. Aber erstmal kann er was anderes abgerabbeln. Also zuerst mal, ich fand ein Spruch noch geil. Schatz, du hast Blut auf deinem Hemd. Ja, das ist nicht mein Blut. Stimmt. Das ist Blut von einem anderen. Das ist Blut von Jan. Jan hat geblutet, ist auf meinem Hemd. Frag nicht warum, ist es einfach da. Du musst dir keine Sorgen machen, mein Job ist voll easy, Schatz. Ich hocke nur am Schreibtisch. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht mein Blut. Mach dir keine Sorgen, das ist nicht mein Blut. Ich, Dominik, gehe abends um 10 hier in Lausen im Café an die Tankstelle. Vier Typen überfallen, ich mache die vier platt. Ich gehe nach Hause, sagt meiner Freundin, mach dir keine Sorgen, das ist nicht mein Blut. Und ich würde zuerst mal erzählen, ey, weißt du, was passiert ist? Vier Typen, hey, ich habe die alle platt gemacht. Dann kam die Polizei, ich bin ein Held, ich komme in die Zeitung. Ich habe gerade Champagner. Der Verkäufer ist tot, aber hey, es ist alles gut. Wollen wir fliegen? Entschuldigung. Das ist irgendwie völlig surreal, was da gerade passiert. Er kann dann nach Hause, will einen wegstecken, aber erzähl dir, was passiert ist. Denn es ist das EGAL-Tag, das ist das EGAL-Leben, jeder Tag ist so. Ja, genau, genau. Und diese Selbstverständlichkeit, finde ich, überträgt sich auch komplett auf den Zuschauer. Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Du nimmst es einfach hin. Ja, dann ist es so, ne? Ich bin jetzt des EGAL, ich mache vier Typen platt, was ich vielleicht nicht kann. Aber trotzdem, er erzählt nicht mal. Schatz, ich habe übrigens gerade vier Typen platt gemacht. Einen habe ich noch den Fuß gebrochen, der spielt lieber Fußball. Aber es wundert einfach niemanden hier. Es ist einfach egal. Also es ist wirklich fantastisch. Was für ein Film. Mit dieser Selbstverständlichkeit, er einfach, ja, hier durch die Szenen, ja, sich... Ich würde dir gerne vorlesen, was jetzt hier steht in meinem Sheet. Ja. Und zwar vier Worte. Und jetzt gibt es sechs. Ja, was habe ich stehen? Warte mal. Diese Fummel-Szene, Punkt, 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 Puh, Punkt, Punkt, Punkt. Ich fand, ey, ganz ehrlich, es ist egal bei sechs Szenen. Und ich finde es noch witzig, vielleicht will ich meine Stars nicht bei sechs Szenen sehen. Weil irgendwie, ich fand es auch bei Stallone nie so geil, als er da in der Specialist mit der Sharon Stone rumgebumst hat. Ich fand, Schwarzenegger, hat der mal eine Sex-Szene gehabt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Ja, Lundke natürlich schon eine gehabt. Aber irgendwie finde ich es immer so, das sind meine Helden. Ich will die nicht beim Beischlaf sehen. Ich will das nicht. Ich finde das auch nicht irgendwie sexy oder geil oder irgend so was. Und, ey, Siegall, wie er das schafft. Das ist so unbeholfen. Das ist so unangenehm. Jetzt gehen wir kurz um. Real Life. Steven Siegall war verheiratet zu diesem Zeitpunkt mit einer Darstellerin, die wir gleich noch drüber sprechen werden. Kelly LeBrock hat aber hier mit seiner Filmfrau, mal ordentlich, rumfilmbumseln dürfen und so. Und ich fand es so widerlich, wie er ihr, seine Hand ging an ihrem Körper runter und die hat ihr an den Arsch so richtig, er hat richtig so zugepasst. Ja. Und ich so, uh, ich will, mach das doch nicht, ich will das, ich will das nicht sehen, ich will das nicht sehen. Und dann wird es ja noch schlimmer. Also gleichzeitig sehen wir auch noch, wie irgendwelche Gangster mit Masken in das Haus reinschleichen. Ja, ja, natürlich. Natürlich ist das Killerkommando schon unterwegs. Ich bin ja schon drin. Hätte der mal aufgehört zu ficken, hätte seine Pistole genommen, wäre alles nicht passiert. Aber dann kommt ja auch noch, ich habe da geschrieben, Mason dreht auf. Hast du gesehen? Ach Gott, ich dachte. Echt mal. Wie er an den Brüsten seiner Frau rumspielt. Boah, ja. Also das ist ja kein Rumspielen, das ist ja Geknete. Das ist ja das Schrauben einer Glühbirne. Ja. Und das ist so, das Schrauben. Das ist wirklich eine höchst unangenehme Szene. Immer, immer wieder. Das ist in der höchsten Masse eine sehr Peinlichkeitsszene. Du schaust hin und du hoffst einfach, dass deine Freundin jetzt gerade dich sieht. Denn wenn die denkt, dass du geprägt wirst von solchen Filmen, dann muss ich draußen schlafen bei den Schildkröten. Und das will ich nicht. Das ist wieder nicht. Das ist einfach, hey, das ist, boah. Als wäre ein Mechaniker, der an einer Glühbirne rumschraubt. Ich finde der Glühbirnen-Vergleich ist schon sehr, sehr gut. Oh Gott, ich bin jetzt gerade völlig fertig, muss ich sagen. Diese Szene habe ich am meisten gestrescht, darüber zu sprechen. Aber zum Glück wird die Sexte unterbrochen, denn es kommt gewalt ins Spiel. Sie geht ja zum Glück auch nicht sehr lange, muss man auch dazu sagen. Also, sie ist ja schnell wieder vorbei. Aber wie du schon sagtest, sie wird dann ja unterbrochen. Ich war so glücklich, dass diese Gangster reinkommen. Ich war so froh, dass die bösen Männer mit den Masken und den Pumpguns reinkommen. Und Mason erschießt gleich den ersten. Die Pistole liegt ja geladen neben dem Bett. Bam, bam. Er schießt ihn zumindest an. Ich glaube, er trifft ihn nicht. Doch, doch, ein Erschießter. Die waren zu dritt. Ja, und es kommen nur zwei aus dem Haus. Also, ein knallt er um. Hat er einen abgeknallt? Okay, aber warte mal kurz. Das waren ja alles Cops, oder nicht? Also, ich bin mir ziemlich sicher. Es sind nur zwei Leute am Ende wieder eingestiegen. Dann würde die Presse doch gewusst haben, da ist ein Cop. Ja. Ach gut, die haben es eh gedreht, dass Mason Storm ja ein Drogenkiller ist und hat wohl einen guten Cop getötet. Irgendwas. Die haben das vielleicht gedacht. Okay, wir können das Stratcon, die haben das irgendwie gedreht. Okay, das ist okay. Aber ein paar Minütchen zurück. Genau. Mason Storm ballert los. Erwischt einen. Fand ich übrigens witzig, dass einer von den Killern eine Shotgun hatte mit einem Laserpointer drauf. Ich meine, was hat er gedacht, dass er auf zwei Meter mit Schrot nicht trifft? Was zum Teufel. Ist mir gestern das erste Mal aufgefallen, als sie nämlich zu dritt die Treppe hochschleichen, da siehst du den roten Punkt, die Treppen hochwandern. Und dann siehst du ganz kurz, auf einer von den Knarren ist halt so ein Laserpointer oben drauf. Ich hab das nie überlegt. Krass. Aber klar, es ist natürlich filmisch, ist so ein Laserpointer. Also hast du den roten Punkt auch gesehen irgendwie? Nee, als sie losgeballert haben, nicht. Das siehst du wirklich nur, als sie sich im Haus bewegen. Ja, das ist vielleicht die Idee, um das noch zu bekräftigen. Das sind Gangster-Drehen mit dem Räumen. Das macht natürlich filmisch was her, aber ein krasser Film. Die richtig brutalen Killer haben halt einen Laserpointer. Natürlich, ja logisch. Das sind ja keine Kindergeburtstage, die wir feiern hier. Das sind richtige Killer. Hilft aber auch nix, weil Mason Storm kriegt ja direkt zwei Treffer in die Brust ab, aber das stört ihn ja überhaupt gar nicht. Er wird ja dann zurückgeklatscht und hinter ihm auch die ganze Wand voller Blut und er voller Blut, aber es interessiert ihn überhaupt nicht. Auf Englisch ruft er dann, you motherfucker, ich bin nicht ganz sicher, ist es motherfucker? Ja, doch, ich glaube schon, ja. Und dann macht er den einen ja noch kaputt, beziehungsweise kloppt den einen ja um und bricht ihm irgendwie das Handgelenk oder biegt ihm die Hand so um. Genau, genau. Aber hilft alles nichts, denn er bekommt einen weiteren Schuss ab. Und dann kommt halt der Schuss, dass seine Frau in die Jenseits befördert. Das ist schon krass. Hey, Sam! No! Das ist schon eine üble Szene, ja. Auch von der grafischen Gewalt her, die da gezeigt wird. Das ganze Bett ist ja in Fetzen und überall liegen noch die Daunenfedern rum und überall Einschusslöcher, überall Blut an der Wand. Und also grafisch schon nicht von schlechten Eltern. Das ist schon krass. Also es ist ein krasser Start. Es ist aber auch der typische Start für so einen Rache-Film, ja. Du musst nur, nimm einem Mann alles weg, nimm einem Mann alles, was er liebt. Ja, natürlich. Je brutaler sowas ist und je brutaler sowas gezeigt wird, desto mehr, desto größer kann die Rache ausfallen. Gleichzeitig wird aber auch Storms Partner gekillt, der Becker. Ja, er sitzt in so einem komischen Zimmer, sieht das aus wie ein Hotelzimmer irgendwie. Ja, so ein Motel, ne? So ein Motel, aber ich glaube, es ist aber so, er hat aber so ein Einzimmerwohnen. Ja, ja, genau. Er sitzt da in Unterhose und guckt sich noch den Abspann von den, nee, oder nee, Oscars waren schon vorbei. Aber er guckt sich auf jeden Fall noch ein bisschen was im Fernsehen an und dann... Hat er noch ein Sandwich gegessen? Ich glaube, ja. War noch im Essen, oder? Ja, ja, oder hat irgendwie Chips in sich reingestopft. Und ich fand's auch noch krass, so, hey, Becker, Storm of Leitung 1. Genau. Haben die vom Bett gebummst. Also, mit dem Schans. Weggeschrotet. Also, schon übel, übel. Und, ja, wir sind dann auch gleich... Nee, das haben wir vergessen. Da kommt noch der Sonny Storm. Den gibt's auch noch. Ja, genau. Der Junge, der kriegt das natürlich alles mit. Das ist schon krass. Und rennt weg, rennt in sein Kinderzimmer zurück. Ich sehe nicht, also, jetzt kommt der Mama und Papa, das ist alles in Ordnung. Und sieht einfach mal, was hat dieses Kind da gesehen? Mama zerfetzt im Bett, Blut. Vater, der hat wohl noch geröchelt, keine Ahnung. Angeblich gab's, sieht man in der Szene, wo Sonny dasteht, dass sich Masons Hand noch irgendwie bewegt. Das habe ich heute noch nachgelesen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Also, das ist noch krasser. Da kriegst du mir das mal vor. Das Kind ist dramatisiert für immer. Das ist ja schrecklich. Eigentlich schon, wird aber nicht mehr aufgegriffen. Das hätte ich mir mit 16 nie überlegt, aber mit bald 40 wäre ich mir so ein Scheißer, Realitätsscheißer. Hey, das ist ein armer Kind, ey. Kann bitte jemand an die Kinder denken? Je älter man wird, desto mehr Gedanken macht man sich darüber. Und mit 16 hat man nur gedacht, geil, Schrotflug, Blut, schieß den Jungen ab, los. Nein, das war immer ein guter. Das habe ich auch damals schon nicht gedacht. Nee, das auch nicht. Aber Sonny ist ein Kluger, da springt das im Fenster. Und wir alle denken, ja, der ist tot, der muss tot sein. Das ist so schrecklich. Ja, aber man sieht ja keine Leiche. Egal. Jedenfalls, wir sehen dann das Spital. Wir sehen Lieutenant Kevin O'Malley. Jo. Offensichtlich der eigentliche Partner oder ein Ex-Partner oder einfach nur ein Freund. Zumindest. Von Mason Storm. Was ist es nicht? Wir wissen es bei Internal Affairs. Das heißt, er kann kein richtiger Partner sein. Und Storm ist nicht in Internal Affairs, nehme ich an. Nee, genau. Nee, stimmt. Er ist einfach nur Detective und O'Malley ist bei der internen. Aber offensichtlich sind das extremst gute Freunde. Aber wirklich? Aber also, hey, und da müssten wir schon. Und ich fand es toll, dass es auch im Buch von Vern so genannt wurde. Dieses Kapitel ist dem besten Freund gewidmet, den ein Mensch haben kann. Kevin O'Malley. Hey, was für ein guter Freund. Also, das ist so der beste Freund, den ein Mensch eigentlich haben kann. Ja, das ist absolut korrekt. Ich meine, was hat der, was hat der alles für Storm gemacht? Das ist das. Also, als das hinterher rauskommt. Ich hatte das auch gar nicht mehr im Kopf. Krass, was der gemacht hat. Also, wir kommen hier drauf zu sprechen. Das ist ein Mensch, der leidet im Spital, weil gerade sein bester Freund am Abkratzen ist. Seine Frau ist tot. Sonny ist wohl tot. Die sind alle tot. Der Arzt kommt und, genau, Senator Trent ist auch da. Nein, noch nicht Senator. Der mögliche Senator Trent, den wir schon gesehen haben, Take That To The Bank, da ist sie auch da. Und Trent sagt sogar, er kennt Storm noch, seit er ein junger Cop war. Aus dieser Storyline wurde auch nichts gemacht, oder? Nein, leider nicht. Also, kann natürlich sein, dass das vielleicht mal in einer ersten Skriptversion drin war. Oder, naja, gut, Trent ist halt Politiker. Also, hat er vielleicht einfach nur hier, bla, 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 bla. Aber wenn es so explizit gesagt wird in dem Film, denke ich immer, da wäre es noch ein Handlungsstrang. Oder zumindest eine Vorgeschichte, dass die beiden sich mal gekannt haben. Vielleicht wurde was gedreht, was wir nicht wissen. Irgendeine Szene. Das könnte sein. Vielleicht haben sich die Wege irgendwann in der Vergangenheit mal gekreuzt. Und da das nicht mehr aufgegriffen wird, würde ich das jetzt wirklich unter der Rubrik Politikergequatsche abhaken. Ich fand geil, Trent da völlig durchdreht. Warum tut jemand sowas, so etwas? Kann mir das jemand erklären? Kann mir das bitte jemand erklären? Das ist so richtig, künstlich sich aufregend. Ich habe das so total gefeiert. Ah, das ist einfach geil. Und O'Malley erzählt mal gleich uns und allen anderen, was Mason Storm für einen Mann war. Er war ein knallharter Motherfucker, sauberster Mann, den ich gekannt habe. Ein Mann, den niemand aufhalten konnte. Und dann dieses eigene Schweinearschloch von einem Polizisten sagt, naja, heute Nacht wurde er aufgehalten. Wurde er aufgehalten. Boah, den hätte ich schnell geschossen. Das ist auch so ein... Ja, wären die nicht im Krankenhaus gewesen. O'Malley hätte den wahrscheinlich direkt umgeholzt. Der hätte ihn weggeprüft, ganz klar. Und dann kommt der Arzt. Also eben Storm ist tot, erfahren wir auch. Storm ist tot, ja. Und alle hauen ab. Außer O'Malley, der steht aber dröpfelt da, so fuck, ich habe gerade meinen besten Freund verloren. Ja, der kann es noch nicht so ganz fassen. Das stellt mir vor. Also ich habe übrigens, ja, mir ist ja passiert, ich habe vor zwei Monaten einen Freund verloren. Und das schmeißt ich aus der Bahn. Aber wenn dann jemand gekommen wäre, der gesagt hat, hey, der lebt noch, aber niemand darf es wissen. Also quasi so, wow. Und das passiert ja. Mason Storm lebt noch. Und zum Glück hat es keiner mitbekommen. Ja, Mason Storm ist halt hard to kill, ne? Aber das Timing war auf dem Arzt, war es so gut. Alle korrupten Menschen waren weg. Nur der gute Mann war noch da. Hey, wir haben einen Polizisten, der noch lebt. Das ist los. Was? Kommen Sie mit. Und O'Malley weiß um diese Chance auch. Also er ist ja sofort so klar im Kopf. Er weiß hundertprozentig, was zu tun ist. Oder er handelt halt einfach komplett instinktiv. Und spürt. Gut, ganz ehrlich. Was er zu tun hat. Macht er aus dem, der O'Malley wusste ja, der scheint ja gewusst zu haben, dass es korrupte Cops da gibt. Der hat das vermutet. Der hat das gewusst. Ja, absolut. Ja, das muss er, genau, das muss er vermutet haben. Es könnte sogar sein, aber das kann man ja auch nur reininterpretieren. Ich gehe ganz stark davon aus, dass er schon in der Richtung sogar unterwegs war. Vielleicht hat er gewusst, dass korrupte Cops mit diesem Calabrese unter einem Dach stecken. Unter einem Bett, einer Decke. Wer weiß. Einem Ding stecken. Vielleicht haben sich Storm und O'Malley im Vorfeld schon ausgetauscht. Und deswegen ist er überhaupt in dem Hafen aufgetaucht mit der Kamera. Genau. Aber einer der uns sagt ja, was hat die Internal Affairs zu suchen? Deswegen war ich so, aber, naja, keine Ahnung. Jedenfalls, O'Malley sagt dem Arzt ganz klar, Mason Storm verschwindet. Dieser Mann existiert nicht. Ihr müsst ihn geheim halten. Ja, der Arzt stellt sich ja erst ein bisschen quer, aber dann wird ihm ja klargemacht, worum es überhaupt geht und dann spielt er ja auch mit. Und dann, ja. Und zwar, ich fand es noch sehr rührend, wie dann O'Malley beim komatösen Mason Storm am Bett steht. Die Hand nimmt. Die Hand sagt, keine Sorge mehr, Freund, ich passe auf dich auf. Also, ganz ehrlich, wenn das nicht eine Bromance ist, dann weiss ich es aber auch nicht. Also, das ist ein Freund. Das ist ein richtiger Freund. Und der hat auf ihn aufgepasst, ne? Wirklich sieben Jahre lang hat er auf ihn aufgepasst. Denn wir sind jetzt schon im Jahr 1990. Die Zeit flieht an uns vorbei. Wir sehen Zeitungsartikel. Senator bla 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 stirbt. Neuer Senator ist Trent. Vernon Trent ist der neue Senator. Der William Settler, das Arschloch. Vernon. Und wir wachen auf. Ne, wir wachen nicht auf. Wir blenden auf. Die Szene 1990 im L.A. Comacenter. Hm. Wir sehen Jesus. Ja. Ne, wir sehen zuerst mal. Wir sehen zuerst mal eine. Dieser aufgeklebte Schnurrbart. Geil, es ist so großartig. Und heute schaut er so aus. Ja, es ist Foreshadowing, so ein Movie. Scheiße. Aber, ganz ehrlich, dieser aufgeklebte Bart war der bessere als den, den er jetzt hat. Ja, tatsächlich. Unfassbar, wie der ausschaut jetzt. Er ist noch so ein bisschen zen-mäßig. Jetzt gerade mit dem Bart und den langen Haaren. Der Bart, den er jetzt hat. Also, wenn er jetzt gerade 20, 20, 20, wie der Sigal jetzt ausschaut. Dieser Bart, ich behaupte, ist nicht echt. Das könnte sein. Das kann nicht sein. Dass der so ein dunkler, das passt auch gar nicht zu ihm. Dann ist er vielleicht, ja, dann ist er gefärbt. Ich bin auch der Meinung, dass Sigal jetzt eigentlich glatzköpfig wäre. Der hat keine Haare mehr. Das ist doch okay. Mach doch einfach einen Film, wo du alles abhaust. Und dann noch einen Teilpart, lieber einen richtigen Grau und so weiter. Der wird super ausschauen. Aber nee, er ist nicht gerade hart. Aber Haarimplantate sind doch heutzutage auch nicht mehr gesellschaftlich geächtet oder so. Das ist doch okay. Ich habe Freunde, die es gemacht haben. Ja? Das ist schrecklich. Ja, okay. Ich habe dazu keine. Es wurde mir übrigens auch schon empfohlen. Aber so viele Haare, dass mein Kopf wieder dicht ist, habe ich auf dem Arsch eben nicht. Das ist mein Problem. Da kann ich nichts machen. Ich könnte andere Haare nehmen, aber das wollen wir. Lassen wir das Detail weg. Jedenfalls, wir sehen noch eine hübsche, rothaarige Schwester. Ja, Kelly LeBrog. Andy Stewart heißt die im Film. Kelly LeBrog, Steven Seagal's Real-Life-Frau. Zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Damals, temporär. Und dann kommt der Spruch, sie schaut da bei allen Patienten im Koma vorbei. Und da geht es zu ihrem JD, John Doe. Das steht ja im Amerikanischen für Mr. Unbekannt. Das ist ein John Doe. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Und dann kommt auf Englisch, auf Englisch der Spruch überhaupt. Sie scheint ihn ja sehr geil zu finden, diesen Koma-Mann. Ja, ganz offensichtlich ist sie eine sehr gute Krankenschwester, wenn sie eine Liebesbeziehung mit einem Koma-Patienten oder Gefühle für einen Koma-Patienten entwickelt hat. Es gibt ja ganz widerliche Geschichten über Frauen, die im Koma sind und was Pfleger mit denen machen. Ja, ich sage nur Kill Bill. Ja, aber das ist ja nur die Verfilmung davon, aber da gibt es ja wirklich Storys. Das ist ja wirklich auch bestätigt, das sind keine Urban Legends. Und ja, ich will nicht wissen, was diese gute Andy Stewart mit dem armen John Doe so alles gemacht hat. Jedenfalls, sie legt sich fast schon zu ihm aufs Bett, so kuschelt ihn ein bisschen an. Und auf Englisch sagt sie ihm, would you like a little pussy, JD? Und auf Deutsch, möchtest du eine kleine Mietekatze? Ich habe diesen Spruch nie ganz geschnallt, als was, willst du eine kleine Mietekatze haben, hier ist sie. Aber auf Englisch macht es natürlich mehr Sinn. Diese Doppelblödigkeit ist schön. Ja, auf Deutsch geht das ja völlig verloren. Aber der darauffolgende Spruch, der geht auf Deutsch nicht verloren. Sie können heute, mit dem heutigen Sprachgebrauch, kann man es machen. Dann, hey, willst du mal eine richtig geile Pussy sehen, JD? Kann man ja machen. Genau, das stimmt. Ich merke, wir müssen diesen Podcast auf explicit stellen. Ich habe das Gefühl, wir gehen hier heute langsam. Da können wir doch nichts für. Aber ich finde, die deutsche Fassung hat es irgendwie auch herrlich entsexualisiert, oder? Ja, genau, in dem Moment ganz krass. Wobei, mit dem nächsten Spruch halt nicht. Da hebt sie ja die Decke hoch und guckt ihm ja unter die Decke. Du hast eine Menge. Du hast eine Menge, für das es sich zu leben lohnt. Oh Gott. Und mit anderen Worten, das hat sie gerade selbst geschrieben. Dieser selbstverliebte Schweinepriester hat es selbst geschrieben. Ganz klar. Meinst du? Wer, wer würde, würde, nein, klar, das, das muss er, ich will den Menschen zeigen, dass ich ein Mächter ist. Die waren zu dem Zeitpunkt noch verheiratet? Vielleicht hat sie es ja. Spontan gesagt. Das ist spontan gesagt, genau. Wobei es ja auch Gerüchte gibt, dass er sie ja zu dem Zeitpunkt schon irgendwie mit der Haushälterin betrogen hat oder so. Nein, sie gar nicht betrügt jemanden? Nee. Das kann nicht sein. Da gab es doch diese Geschichte. Ich meine, ich weiss die Story jetzt nicht hundertprozentig. Na klar, ist ja auch so. Wenn man den Gerüchten glaubt und allen Anschuldigungen hatte, alles besprungen, was nicht rechtzeitig aus seinem Trailer wieder draußen war. Und er soll Kelly LeBrock mit der Haushälterin betrogen haben und das Kind, was er eigentlich mit Kelly LeBrock hatte, wurde ja nach der Haushälterin benannt. Ups. Ups. Aber nicht der Kentaro? Das weiß ich nicht. Es gibt ja, er hat jetzt, einer seiner Söhne heißt der Kentaro Segal. Ich habe sogar einen Film von dem im Keller stehen. Aber noch nie gesehen, weil ich Angst habe davor. Ja, verständlich. Egal. Ja, was lernen wir alles? Wir lernen Steven Seagals Mason Storm. Das ist ein Mann, der ist auch im passiven Schlafzustand unfassbar geil. Der hat einen riesen Pimmel. Wir lernen, er mag Katzen. Und er schaut aus wie Jesus. Dieser Mann ist großartig. Ich will Mason Storm sein. Minus Koma vielleicht. Ja, nein. Und dann, weil halt, ja, ganz ehrlich, da schaut eine geile, rote Haarige auf sein Gehänge und da gibt es eine Pussy in seinem Kopf. Ja, dann wachst du mal auf, würde ich sagen, oder? Dann weißt du, oh, lohnt sich. Es gibt noch Leben da draußen. Und Jason Storm fängt an zu zucken. Ja, er kriegt so ein paar Flashbacks plötzlich, er erinnert sich an ein paar Szenen mit seiner Familie und dann natürlich auch an besagte Nacht. Und dreht die Augen so schön nach oben. Und ich habe geschrieben, dass egal, diese medikamentösen Szenen, wie auch schon in Nico, das macht er nicht mal schlecht. Dieses Gezucke und Aufwache, ich fand das noch gut gespielt. Ich könnte das nicht so gut... Ja gut, er kann die Augen halt wirklich gut nach oben rollen. Das ist unfassbar, wie sie das macht, das kann ich nicht. Ich hätte Angst, dass die Augen dann wegdrehen irgendwie, genau wo. Ja, also, es sieht ja wirklich kurz davor aus. Es ist wirklich widerlich. Ich habe Kollegen gehabt, die kommen, die Augen wieder so noch hochklappen. Ich fand es auch richtig widerlich, so. Jedenfalls, aber Siegal ist wach. Siegal ist wach. Schwester. Schwester. Welches Jahr haben wir? Welches Jahr haben wir? Also, das wäre ja nicht meine erste Frage gewesen. Ja, bin ich. Ja, eigentlich schon. Aber offensichtlich weiß er ja ziemlich genau. Also, er sagt ja selber, er kann sich an alles erinnern. Das ist ja auch einer seiner ersten Sätze. Und, naja, es ist Mason Storm. Der weiß halt, er wurde angeschossen. Er weiß, wenn man angeschossen wird, dann kommt man ins Krankenhaus. Und dann wacht man normalerweise auch im Krankenhaus wieder auf. Also, gar nicht verwundert. Aber er ist nicht im Krankenhaus, er ist im LL-Koma-Zentrum. Ja, gut, aber im Krankenhaus. Ja, gut, er hat nicht mehr gebucht, wo er eingeschlafen ist. Er ist einfach dumm. Ja, mein Gott. Aber trotzdem, ich hätte mich gefragt, wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Wo ist meine Frau? Ah, die ist tot. Okay. Etwas wie ein Gehirn nach sieben Jahren mehr zum Laufen kommt. Das ist noch spannend. Wir wollen hier nicht zu tief rein. Wir haben keine Ahnung. Er ist instant wieder da. Es ist einfach krass. Es wird einfach geskippt. Ich habe wieder eine Batterie im Arsch. Es läuft wieder. Und Andy Stewart macht dann den Telefonanruf. Die geht in seine Kartei, Archon Doe. Wenn der aufwacht, muss ich hier den Mr. O'Malley anrufen. Macht sie auch. Und Detective Goodheart nimmt das Telefon ab. Und hier habe ich auch ein bisschen Freude gehabt. Denn wir sehen, wen sehen wir? Oh, jetzt erwischt sie mich kalt. Also, ich kenne den doch natürlich. Ja klar, den Schauspieler kenne ich, aber ich weiss den Namen gerade nicht. Das ist Dean Norris. Dean Norris aus Breaking Bad. Breaking Bad. Genau, Breaking Bad und noch diverse, viele, viele andere. Das ist der typische Cop in Filmen. Aber ich glaube, Breaking Bad hat ihm einen neuen Status gegeben. Das ist halt jetzt ein cooler Typ. Ich folge ihn auf Instagram ein bisschen. Das ist ein ganz lustiger Typ irgendwie. Ist aber auch wirklich, wie du sagst, er hat so einen richtigen Cop. So einen richtigen Cop. Cop, Cop. Das ist ein Cop. Und ja, wir erfahren dann, ob Maddie arbeitet nicht mehr da. Aber sein Nachfolger, Mr. Goodheart, weiss ja bereits über alles Bescheid. Sprich, der weiss, er ist auch korrupt. Also dieser korrupte Netz an korrupten Cops ist ja unfassbar korrupt, oder? Er steckt da komplett mit drin. Und ja, genau das, was Mason Storm eigentlich sagt. Wir müssen hier schnell raus, ansonsten sind wir in einer Stunde tot. Denn der Killer wird direkt losgeschickt. Ich finde es krass, wie schnell Detective Goodheart schnallt, dass es sich um Mason Storm handelt. Wir haben sieben Jahre später. Wenn jetzt jemand mich anruft, hey, vor sieben Jahren habe ich einen Patienten hier gehabt. Ich sage, okay, das ist mir doch scheiße. Ja, das wird auch gar nicht gesagt, über wie der da überhaupt hingekommen ist. Woher der diesen Schluss gezogen hat, dass es Mason Storm sein muss. Genau, und wir wissen auch, es gab eine Beerdigung von Mason Storm. Das erfahren wir. Es gab eine Beerdigung, da wurde ein Familiengrab. Der ist tot. Der ist für die Menschen, ist Mason Storm tot. Aber dieser eine Cop weiß genau, oh, das ist Mason Storm. Der lebt noch. Oh, shit. Aber Dominik, das ist genauso wie das Blut auf dem Hemd. Es ist einfach so. Ich weiß. Und ich liebe es, dass es so ist. Dass wir diese Fehler, es sind ja irgendwie Fehler, aber ich liebe diese Fehler. Weißt du, was ich meine? Ich nehme das Empfinden auch nicht böse. Es ist einfach so. Und wir schauen Actionfilme, wir wissen, die machen nicht immer so viel Sinn. Oder? Es ist uns ja völlig bewusst, dass wir, sonst würden wir Conner, Armageddon, all den Scheiß. Na ja, so gesehen macht es ja schon Sinn, was jetzt passiert. Denn, ne, gut, es macht keinen Sinn, wie man, wie er darauf kommt, dass es Mason Storm ist. Aber es macht absolut Sinn, dass sofort ein Killer unterwegs ist. Und das ist ja das, was zählt. Im Filmkontext macht das absolut Sinn. Und Andy informiert dann auch Storm, hey, wir sind im Jahr 1990. Er sagt, kannst du, helf mir, ich muss in einer Stunde hier raus sein. Ich werde getötet. Ich muss hier raus. Und ganz ehrlich, ich würde auch nicht glauben, was jemand sagt, dass ein Koma kommt. Alter, chill mal ein bisschen in Sicherheit, gibt es dir gar nichts. Es ist ein Spital, alles ist gut, es ist alles gut. Erstmal hier schön den, was war er nochmal? Den Physiotherapeuten anrufen. Ich ist ja doch gleich. Erstmal ein bisschen mobilisieren. Ja, genau, genau, da hat er so einen witzigen Namen, der Physio, Danny? Danny, der Physio, Danny, der Physio. Und dann schon ist ja auch der Killer unterwegs. Dieser falsche Arzt, den man von tausend Kilometern anschaut, das ist ein Krimineller, aber ist okay. Also ein Cop, ist ja auch ein Cop, oder? Ja, also es ist schon mehr Killer als Cop. Ja, natürlich, also ich, ja, ja. Und wir sind auch wieder, das muss ich sagen, dieses Zehn im Spital habe ich, also im Koma-Center, habe ich als Krimineller. Jugendlicher nicht so geil gefunden. Das hat mich einfach genervt, so. Ich will nicht, es ist egal, im Bett zu sein, es ist egal, beim Killen zu sehen. Und, äh, ich muss sagen, die haben aber das schon ziemlich spannend inszeniert. Storm kann sich nicht bewegen, der hat keine Kraft, der ist im Bett. Äh, er ist gefangen auf einer Barre. Sein Physio, ich fand die Szene geil, der Physio auf ihm gerade so halber liegt und ihn einfach so biegt in alle Richtungen. Und er kann sich einfach gar nicht mehr. Aber bedankt sich immerhin für die Massage. Für die Massage, aber ich muss jetzt hier raus. Und das war, das war vielleicht die witzigste Sigalszene ever. Und da war nicht mal, also gar nicht mal absichtlich. So beiläufig, ne? Beiläufige Miniszene, aber Sigala kann nichts machen, er muss einfach durchgebeugt werden. Killer ist unterwegs, das ist großartig. Ähm, der Killer sucht Storm, er schleißt auf die Abteilung, da wird auch gleich mal ein Sicherheitsmann erschossen. Genau, und ein Sicherheitsmann hat nämlich mitgekriegt, dass irgendwie, irgendwas ist komisch, ne? Den Arzt kannte offensichtlich keiner. Und geht ihm mal hinterher und stellt ihn dann ja zur Rede, ne? Hat seine Pflicht gemacht, oder was? Hat seine Pflicht gemacht, will den Ausweis sehen. Ja. Und er wird halt erschossen, ne? Das ist hart, das ist wirklich gemein. Und damit auch der gute Danny erschossen. Kommen Sie her, kommen Sie her. Ja, schade. Also das ist schon krass, ey. Der Typ, der ist wirklich eiskalt. Und im Hintergrund Storm, der irgendwie, und ich hätte Gangse, wie er es geschafft hat, sich zum Lift zu ziehen. Er war ja mitten im Flur, auf dieser, wie nennt man das, so ein Bett, so ein Krankenbett. Ja, so ein Rollkrankenbett, ne? Ein Rollkrankenbettteil. Und irgendwie konnte er den Lift greifen, sich irgendwie in den Lift ziehen. Ich glaube, mit dem Besen, den er gefunden hat, hat er da schon gehabt. Genau, er hatte einen Wischmob. Ja. Ja, Mason Storm ist sogar hard to kill im Krankenhaus, wenn er gerade aus dem Koma erwacht ist. Er braucht dafür nur ein rollendes Bett und einen Wischmob. Der muss nicht mal laufen können. Der ist sogar so hard to kill. Das ist unfassbar. Er rettet sich in den Lift. Und das sind nicht mal unspannende Szenen, wie dieser Killer im Himmel ist. Nein, überhaupt nicht. Vor allem, es ist halt immer spannend, wenn man auf der Flucht ist, oder wenn die Hauptfigur auf der Flucht ist, sich in einen Fahrstuhl flüchtet und der Killer kommt angerannt und du weißt... Wenn die Tür jetzt nicht zugeht, dann ist Schluss. Dann ist es vorbei. Und natürlich schließt sich die Tür im letzten Augenblick. Du kannst noch... Du kannst das Weiße in den Augen des Killers sehen und dann geht die Tür zu. Das ist halt spannend. Werden wir... Ich frage mich jetzt gerade, ob wir Steven Seagal wieder mal so verwundbar sehen werden, wie in diesem Moment im Spital. Das war wohl sein verwundbarster Film-Moment vielleicht. Jetzt Macchetti, wo er stirbt, das zählt jetzt mal nicht. Das ist kein Seagal-Film. Im richtigen Seagal-Film gab es so... Wir werden noch drauf kommen vielleicht. Ja. Aber er bekommt jetzt auf die Schnelle nichts in den Sinn, wo er so verwundbar war. Ist das dann vielleicht... Also, nein. Ich komme gleich nochmal drauf zu. Mehr muss ich mal den Gedanken kurz festhalten. Aber wir machen uns weiter. Jedenfalls, die Ant, die taucht auf und flüchtet mit Mason in einem Cabriolet aus dem Spital raus, oder? Ja, Richtung Autobahn. Gott sei Dank, dass sie ein Cabrio hatte. Warum? Ich frage mich mal, die hätte den irgendwie in so einen Pick-up-Truck oder so reinhiefen müssen noch. Hinten auf die Ladefläche oben. Ja, okay, gut, okay. Das hätte noch funktioniert. Alles klar. Eines 95-Groß, der war schwer. Ja, und da konnte er sich halt einfach so in dieses Cabrio reinplumpsen lassen. Ja, Gott sei Dank passt diese Krankenschwester auf ein Haus auf. Meine Fresse, was für ein großer Zufall. Zum Glück ist die Haussitter. Ist aber kein guter Haussitter, muss man sagen. Aber wir sehen auch, Andy fährt mit Storm den Pacific Coast Highway hoch. Den bist du auch schon lange gefahren. Natürlich. Wolltest du das sagen? Okay. Nein, nicht mal zwingend, aber ich fand, es ist, ich habe dann, ich habe das Straßenschild nachgeschaut, das siehst du irgendwann, sie fährt nach Ojai, Ojai, Ojai. Ja, richtig. Und das ist Nähe Ventura. Und ich habe dann mal spontan auf die Karte geschaut, sie hat aber dann nicht den schnellsten Weg genommen und sie dachte, hey Mason, du hast sieben Jahre im Koma, dann nehmen wir nicht die Autobahn mit den Pacific Coast Highway, dann siehst du mal ein bisschen mehr. Und er hat gesagt, hey, ich muss doch gerade keinen Stau oder so. Ich muss einen Haufen kurz. Ich gehe kurz in die Tankstelle rein. Genau, ich lasse dich kurz hier liegen, verdecke es ja zu. Und dann taucht der Typ mit dem hummelten Fuß auf, das wäre mal was gewesen. Das wäre, egal. Wir sind dann in diesem komischen Anwesen, etwa zwei Stunden von LA entfernt, habe ich alles nachgeschaut auf der Karte. Und Storm wartet im Schlafzimmer auch, versucht zu laufen, geht nicht. Sieht auch schon Senator Trent im TV, mit seiner Catchphrase. Aber ist noch nicht so klar im Kopf, dass er das alles schon untereinander bringen kann. Ja, ja, ja. Und im TV laufen bereits Fernsehberichte über den korrupten Cop Mason Storm, der anscheinend noch lebt. Das fand ich schon krass, dass das gleiche, ja, das Mason Storm, der lebt. Okay. Wurde da eigentlich auch, das habe ich gar nicht mitgekriegt, wurde über die Toten im Krankenhaus berichtet, in der Fernseher? Nee, ne? Der wurde einfach nur der Koma-Cop genannt, ne? Der Koma-Cop. Und vielleicht haben sie noch gesagt, Storm hat die gekillt. Ich habe keinen, ey, ganz, ich weiß gar nicht, ich bin nicht... Weiß ich gerade auch nicht mehr. Okay. Aber er ist auf jeden Fall schon wieder in aller Munde. Ein bisschen früh, finde ich, aber es hat auch keine große Relevanz, muss man jetzt auch dazu sagen. Das ist ein 92-Minuten-Film. Wir haben doch keine Zeit. Und Storm ist bereits im Telefon und ruft Jerry Dunphy an oder irgendwas in dieser Art, einen Reporter, der immer sagt, hey, ich habe Beweis, dass ich unschuldig bin und ich werde dir die Dinge aushändigen. Dir, dem Fernsehmann, niemandem sonst. Und ja, und schon ist Storm am Nudeln fressen mit Stäbchen. Ja, Reis war es, ne? Aber es war Reis. Ja, ich meine schon, es war Reis. Und dann fällt ihm ja erst auf, dass er einen Bart hat. Ist der Bart ihr Werk? Nochmal, wir müssen noch sagen, die Backen waren freirasiert. Da hat die Ender sich wohl ein bisschen Spaß damit gehabt. Offensichtlich, ja. Also das ist keine besonders gute Krankenschwester. Aber hey, die ist ratten scharf und der Mason, das ist ihm schon aufgefallen, dass die scharf ist, aber... Ja, ja, der hat schon so ein Euglein draufgeworfen. Ja, 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 aber darf ich noch darauf hinweisen? Für dich, lieber Mason Storm, deine Frau starb vor gefühlt fünf Minuten. Keine Ahnung, wie trinkt man es nötig hat nach sieben Jahren Krummer, aber vielleicht war es wirklich so scheiße Panik, dass das Ding nicht funktioniert. Ich muss es jetzt... Sorry. Ja, wobei, erst kommt ja mal Training, ne? Zuerst, ja, sonst geht gar nichts, oder? So, so schnell sind wir dann ja auch nicht. Und zuerst schickt er mal Andy nach Chinatown mit so einer Riste. Er kann nämlich chinesisch. Chinesisch schreibt er da auf, was er genau braucht. Und ich habe dann mal realisiert, es sind 40 Minuten vorbei und es gab erst eine richtige Segal-Kampfszene. Ja, ist auch richtig. Ging aber schnell rum bis dahin, fand ich. Mir ist gestern aufgefallen, dass der bis dahin... Das war nämlich auch ungefähr der Moment, wo ich dann mal auf den Timer geguckt habe. Ja, das war wirklich so. Es fühlt sich jetzt an, als fängt jetzt nochmals ein Film an. Ja, da kam dann nämlich mal so ein kurzer Hänger. Du hattest dann diese kleine Spannungsszene im Krankenhaus und jetzt kommt der Film mal so ein ein bisschen zur Ruhe. Und man hat mal so kurz ein bisschen durchatmen. Ist egal, ordnet sich gerade mal so. Was mache ich jetzt, oder? Genau. Und da habe ich nämlich auch mal auf den Timer geguckt und habe gesehen, irgendwie 40, 43 Minuten so um den Dreh. Und habe mir gedacht, ach Mensch. Ja, war ein bisschen wenig Action bisher. Ging aber ziemlich fix. Ja, es ging ziemlich fix. Aber du denkst dann trotzdem, es sind schon 40 Minuten vorbei. Und das ist... Du kannst nicht sagen, es ist nichts passiert. Aber es ist action-technisch ein bisschen mau bislang. Das müssen wir so leider festhalten. Und trotzdem fühlte ich mich wunderbar unterhalten. Das muss ich auch festhalten. Ich finde aber, das, was dann jetzt kommt an der Stelle, eben diese besagte Trainingsmontage, entschädigt mich persönlich sehr gut dafür, dass es da action-technisch nicht viel passiert ist oder dass es da so mau war. Weil diese Trainingsmontage ist einfach so drüber. Die ist voll drüber. Ich habe das als Jugendlicher gar nicht so geschnallt, wie übertrieben die eigentlich ist. Ich feiere die hart. Die ist auch so feiern. Rocky kann ja einpacken. Ich meine, zuerst mal allein schon, wie er da im Schneidersitz sitzt, mit seinen Akupunkturstäbchen und sich da selbst beweihräuchert quasi. Die Szene war ja auch im Trailer schon drin. Schön gesagt, sich selbst beweihräuchern im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt ja wirklich wie Faust aufs Auge. Er feiert sich da auch ein bisschen selbst, dass sie gar nicht... Komplett. Komplett. Der feiert sich nur mit der Szene. Auch er, oberkörperfrei, damals konnte er sich noch knapp zeigen irgendwie. Es war alles okay. Heute will ich das nicht mehr sehen. Aber er saß da völlig heroisch, augengeschlossen, Rauch steigt aus seinem Körper auf. Das wäre so ein magischer Racheengel, der jetzt zur Welt kommt. Der Bart ist ab. Die knallharte Frisur sitzt wieder irgendwie. Und er trainiert wie Saul zuerst mit dieser Langhand... Lang... Lang... Armhand... Langhand... 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 Ihr wisst, was ich meine. Ohne Gewichte, dann mit Gewichten. Vorsicht in sich, die Zeitungsartikel über den Tod seiner Familie. Damit er immer richtig sauer ist. Traussen mit den Stöckern. Dann buddelt er ja irgendwann dieses Brett rein, wo der immer gegen hämmert. Läuft da immer schön den Hügel hoch. Und dann... Und dann ist Hügel... Genau. Er ist auf dem Hügel, schaut so runter und man hört den Adler. Ah. Mua. Schon der Sonne im Wintergrund. Aber du siehst... Den Vogel siehst du nicht, oder? Du hörst ihn nur. Du hörst ihn nur, ja. Aber das war auch sowas. Hätte ich noch schön gefunden. Du siehst ja... Du siehst ihn ja nur in der Nahaufnahme, wie er oben auf der Hügelspitze sitzt. Und ich hätte noch... Eine totale hätte ich sehr schön gefunden. Ne? Wie er so dann vielleicht von hinten gezeigt, so über das Land blickt und so. Das wäre noch geil gewesen. Das hätte das noch... Das hätte ihn noch weiter überhöht. Das hätte ihn noch größer gemacht, den Mace Storm. Ein Storm ist eine natürliche Angelegenheit. Eine Lage der Natur ist ein Sturm. Tiere, Landschaften, Storm. So, und jetzt, ne? Der Gedanke, den ich gerade kurz zurückgestellt habe. Du hast ja gerade gesagt, haben wir Mace... Ne, haben wir es egal schon mal so verwundbar gesehen. Ne, haben wir nicht. Aber jetzt, durch diese Trainingsmontage, da ist die Vollendung, also da ist der Prototyp eigentlich vollendet. mit dieser Trainingsmontage, in seinem zweiten Film, nach so gesehen 140 Minuten Filmlänge, die er überhaupt schon jemals auf die Leinwand gezaubert hat. Na, 100 Minuten? Ich kann gerade nicht rechnen. Egal. 100, bei Nico, 40, jetzt 140 Minuten. Ja. Ja. Nach diesen Minuten, die er auf der Leinwand verbracht hat, ist jetzt die Filmfigur Seagal geboren. Mit dieser Trainingsmontage, ne? Wie du sagtest, er ist einfach daraus entstanden. Seagal beginnt. Und nochmals, wir haben letztes Mal noch gesagt, wir werden Seagal nie mehr rennen sehen. Wir sehen ihn rennen. Hier, im Film sogar mehrmals. Er rennt zum einen, ja gut, er schleppt sich den Hügel hoch. Wir sehen ihn vielleicht später noch rennen. Aber er ist, ich will auch noch was sagen, der Mann ist da schon nicht komplett unsportlich gewesen. Überhaupt nicht. Nein. Es war einfach kein riesiger Muskelberg wie ein Schwarzenegger. Nein, der wetzt sich da, der schleppt sich am Anfang den Hügel hoch, aber dahinterher gibt er auch richtig Gas. Und dann gibt es ja auch im späteren Verlauf nochmal eine Szene, wo der sogar über Autodächer hechtet. Unfassbar. Mason Storm, hey. Steven Seagal, what the fuck. Ja, genau. Und dann kommt ja Andy zum Hügel gelaufen und sieht Storm da hochrennen und die guckt ja nur hoch so, Mason Storm. Mason Storm. Du geiler Hengst. Das in Klammern, du geiler Hengst. Du hast ja wirklich viel, wofür es sich zu leben lohnt, hey. Ach Gott. Und dann ist sie geil. Sorry, Storm abends am Trainieren mit den Stöcken. Cool, er trainiert. Dann trainiert er mit den Handkappen. Unangenehmste Anmachspruch, den ich glaube ich je gehört habe. Habe ich ihn aufgeschrieben? Habe ich ihn hier? Hast du ihn? Du hast ihn. Ja. Ja. Sie klopft ja und steht da im kurzen Schwarzen vor ihm. Und hat ja einfach so eine abgerissene Blume in der Hand. Ach Gott. Und sie sagt ja einfach nur, ähm, ich wollte mich stören. Äh, mögen Sie vielleicht eine Blume? Und dann geht es ja sofort zur Sache. Und ich will noch sagen. Was? Andy Stewart kommt im absoluten Fick-misch-Aufzug an. Voll. Das war ganz klar, Andy Stewart, ich sage dir jetzt was, Frauen wie die sind einfach Schlampen. Okay? Komplett auftupierte Haare und dann dieses schwarze Kleidchen. Fuiuiuiui. Das ist einfach nur, das ist, das ist, das ist, das hat im realen Leben hat das nichts zu tun, solche Frauen existieren vielleicht wirklich, ja. Aber diese Filmfigur ist einfach eine Schlampe vor dem Herrn und ich finde es eigentlich fast schon tragisch, dass der Storm mit der jetzt anwandelt. Es ist, ich finde es tragisch, seiner Frau gegenüber, seinem Sohn gegenüber, uns gegenüber. Und ich finde es eine Frechheit, dass wir von, der Andy Stewart nicht mehr zu sehen kriegen, denn ich habe einfach doch viel zu wenig. Schön, dass du es gesagt hast. Ich hätte lieber die, 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 die kennen den Bock nackig gesehen, als die andere zusammen zuvor. Das sehen wir auch nicht so viel, aber. Aber die Szene ist ja wirklich schnell vorbei, ne? Boah, aber auch hier ist egal, da greift auch ihr an den Arsch. Aber es ist ja nicht falsch. Ja, aber es ist längst nicht, es ist längst nicht so unangenehm wie die erste Szene. Nein, 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 aber irgendwie, und dann nach dem, nach dem Vollzug des Geschenkts. Genau, kommt dann ganz schnell dieser Schwenk auf die Kerzen. Ja, und den Ring, hat er den Ring noch an? Schau dir den Ring an, den ist dann eh. Ja, das kommt dann. Und dann danach, als sie dann wieder, als sie dann fertig sind, da schaut er dann den Ring im Spiegel irgendwie an, ne, oder so, und kriegt dann direkt Gewissensbisse. Es ist ein Gefühl, dass seine Frau jetzt seit zehn Minuten tot ist. Also, was weiß ich mal, die ist erst gerade gestorben. Für ihn ist ein Klacks gewesen, der hat die Zeit nicht mitbekommen. Den fehlen sieben Jahre seines Lebens. Also, ich weiß nicht, ob du als Komapatient ein Gefühl hast, das Ding gerade erst warm oder fühlt sich das richtig weit weg an. Weiß ich nicht, aber gefühlt ist seine Frau erst gerade gestorben vor... So wird es zumindest in dem Film dargestellt, ja. Und dann macht er sich ja auch auf den Weg, ne? Gut, ich muss sagen, was wir anfügen müssen, ist egal, hat dieses Training, ist aber nicht egal, Mason Storm hat dieses Training nicht in 24 Stunden absolviert, der war wochenlang wohl am Trainieren. Sonst wirst du nicht bis 24 Stunden auf diesem Fitnessstand, das geht nicht. Ja, es wird ja auch gesagt, dass das Haus mindestens sechs Monate lang nicht bewohnt sein wird. Also kann man jetzt spekulieren, wie viel Zeit da wohl vergangen sein könnte. Genau, Sigal war monatelang vielleicht da am Trainieren. Das kann wirklich sein. Wie die Andy da Geld verdient hatte und wo Sigal Storm seine Kleider her hatte, das wussten wir alles nicht, aber ist egal. Vielleicht ging er mal in L.A. shoppen, spontan. Na gut, ich meine, am Ende rennt er wieder mit den Klamotten vom Anfang rum, ne? Ist dir das aufgefallen? Der hat am Ende, hat er exakt die gleichen Klamotten an, die er am Anfang anhatte. Da hat er einfach seine 83er-Kluft wieder angezogen. Mit dieser komischen Leopardenweste. Was, überfordert? Echt? Ja, ja. Ich meine schon. Doch, irgendwann ist er mal aus dem Auto ausgestiegen. Ah, geht jetzt auch zu weit. Aber da steht da, ne? Irgendwann, also ich glaube, als sie hier in dieses Hotel reingehen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, da hat er meine ich die gleichen Klamotten wieder an. Aber gut. Das ist ja, hat vielleicht sein, okay, O'Malley war wohl ein richtig guter Freund. Das könnte sein. Der hat alle seine Kleider mitgenommen. Das könnte sein, ja. Aber zumindest, was ist gerade passiert, was ist gerade passiert? Der, ähm, ist egal. Ah, Storm, Storm, Storm. Mitten in der Nacht, Gewissensbisse, holt sich den Jeep von, wem auch immer, das ist ein Jeep. Gehört bestimmt zum Haus. Der Haus Jeep? Hab auch einen. Jedes Haus hat einen Jeep. Wer nicht? Und nimmt den und fährt zum Grab seiner Familie. Was ich völlig verstehe. Kann ich völlig nachvollziehen. Mehr ist schon lange da gewesen. Aber ist noch gefährlich? Denn rein theoretisch, wenn die wissen, Storm, könnt ihr rein zum Grab vorbeischauen. Ja, am Friedhof vorbeischauen ist immer gefährlich. Aber er hat es gemacht. Na gut. Und was mir auch noch auffällt, du siehst ja dann schon im nächsten Cut, dass die Andy am Telefon hängt und mit einer alten Frau doch telefoniert, oder? Oder nicht? Ist das erst später? Naja, sie versuchen halt, O'Malley ausfindig zu machen. So, sie versuchen O'Malley ausfindig zu machen und stolpern dabei über seine Mutter im Altersheim. Ja, das verwebt sich so ein bisschen mit dieser Trainingsmontage. Also sowohl das... Genau, die Andy ist bei der Martha, bei ihrer Kollegin, die Krankenschwester, die andere. Und sie ist beim Telefon, in meiner öppnen Telefonzelle. Und was mir aufgefallen ist, ich glaube, die Kelly Brock während des ganzen Drehs verschnuppt macht immer so. Ja? Ja. Ah, okay. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Macht sie mehrmals in den Firmasie. So gemacht. Zumindest in der Deutschen, im Englischen auch. Ich komme gleich hoch. Keine Ahnung. Vielleicht was ihr Kennzeichen. Keine Ahnung. Das kann auch sein. Ich meine, ich mag. Und jedenfalls irgendein Penner entdeckt dann Nachbarpenner entdeckt die Andy und will sie gleich bei der Polizei melden. Und ja, dann weiß Andy, shit, ich muss hier weg. Ja, es wird auch gesagt, dass ihre Kollegin oder ihre Freundin ist tot. Wurde irgendwie erwürgt oder so, wurde gesagt. Und blöderweise haben natürlich die Killer die Wohnung überwacht und hängen sich direkt an Andys Fersen. Drei Autos, völlig unerfällig. Genau. Sie, sie das einzige Auto auf der Straße hinter ihr, die einzigen anderen drei Autos. Direkt hintereinander, aber direkt. Also so würden wir nie Autofahren, egal. Was bei Storm inzwischen passiert. O'Malley hat ihn gefunden. O'Malley taucht da. Gott, wie schön ist das denn? Was ist das für ein tolles Gefühl? Du bist völlig isoliert. Du hast eine komische, geile Krankenschwester mit dir dabei. Sohn ist tot. Frau ist tot. Gut, aber dein alter, bester Freund aller Zeiten taucht auf Storm. Dann kommt ja die beste Szene eigentlich oder die beste Information eigentlich. Nämlich, dass sein Sohn noch lebt. Als O'Malley auftaucht und er ruft einfach Storm und die Musik. Ich habe gedacht, der Terminator kommt um die Ecke. Stimmt, du hast recht. Das ist mir auch mehrfach aufgefallen. Dieses kam ja mehrfach auch im Film vor, dieses Thema. Ja, und das war wirklich schön, dass du gesagt hast, dein Sohn Sonny lebt noch. Und da habe ich mich auch gefreut. Freue ich mich, wenn der Sohn lebt, dann ist es schön. Wir haben es ja anfangs schon mal kurz angesprochen, was O'Malley eigentlich für ein guter, guter Freund ist. Und jetzt in diesem Gespräch, die Szene geht ja so fünf Minuten ungefähr, da kommt ja raus, was O'Malley eigentlich alles gemacht hat. Und das kann man eigentlich gar nicht genug hervorheben. Das ist mir auch gestern das erste Mal aufgefallen. Das habe ich ja, früher war mir das vollkommen egal, da ist halt der alte Kumpel aufgetaucht. Ja, der hat halt irgendwas gemacht, Idiot. Genau, der hat halt ein paar nette Sachen gemacht. Nein, also früher habe ich eigentlich nur realisiert, okay, O'Malley hat ihm eine Knarre mitgebracht. Der Rest war mir egal. Aber O'Malley hat ja, der erzählt ja, dass der Sohn ist ja zu ihm gekommen. Dann hat er den genommen, hat den auf so ein Internat gesteckt, unter falschem Namen, damit er nicht gefunden werden kann. Dann hat er ja selber noch weiter recherchiert und ermittelt. Und hat sich da ja in so ein Hasenstall oder in so ein Hasenloch hineinbegeben, oder einen Fuchsbau eher. Genau, genau. Hat sich da ganz tief in den Fuchsbau hineinbegeben. Hat auch schon Spuren von etlichen korrupten Kops irgendwie, also von etlichen korrupten Kops auf der Spur. Und dann kam ja raus, dass ja ein Anschlag auf seine Mutter verübt wurde, die seitdem im Rollstuhl sitzt. Ne, irgendwie querschnittsgelähmt oder so, hat er ja gesagt. Und danach hat er einen Zettel gefunden, wenn er weiter recherchiert, so dann ist ganz finito. Und dann hat er ja, nur um Storm und seinen Sohn zu schützen, hat er seinen Hut genommen. Da ist er mit Abzügen in die Pension gegangen. Alles für seinen Freund. Er hat im Grunde genommen sein berufliches Leben für diese Sache geopfert und für Mason Storm geopfert. Boah, krass, oder? Ja, und ist dann noch so krass drauf und sagt dann ja noch, dass es ihm leidtun würde, nicht mehr gemacht haben zu können. Er hat seine Frau nicht lebendig gemacht, diese Schweinebacke, diese Ohrmeldung. Ja, echt. Hätte er auch machen können. Das kannst du nie wieder gut machen. Haben diesen O'Malley, unabsichtlich, klar, du hast natürlich, die haben die Schreiblinge überlegt, okay, der Sohn, der lebt noch, okay, der O'Malley hat das gemacht. O'Malley bringt die Knarre. O'Malley hat, okay, die haben das, aber die haben nicht geschnallt, dass die eine Figur kreiert haben, die einfach nur großartig ist. Ich will einen O'Malley in meinem Leben haben. Jeder sollte einen O'Malley haben. Voll, ne? Das ist eine Riesenfigur, die ich nie, auch ich früher nie geschnallt habe, wie toll diese Figur ist. Das ist ja mega. Aber immerhin ist es auch gut zu wissen, dass Storm das auch zu schätzen weiß. Er sagt dann ja auch, du hast schon mehr gemacht, als ich jemals hätte irgendwie erwarten können oder so. Steven Seagals Figuren und Freundschaften, das ist oft sehr merkwürdig. Ja, das stimmt. Wir wollen ja irgendwie so tun, als hätten wir die zukünftigen Filme noch gar nicht wirklich gesehen, aber ich sage, fire down below, zu Beginn, your friendship means a lot to me. Come on, nein, macht sie nicht. Wir wissen, es macht nicht, aber ich habe sogar noch was, Seagal spielt das aber auch so. Also fuck, ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen kann. Ich kann das nicht wieder gut machen, ich bin perplex. Also ich habe das Seagal abgekauft und ich kann es ihm zumindest abkaufen wollen, dass er das... Also ich sage mal so, seine Reaktion, vielleicht auch aufgrund seiner schauspielerischen Limitierung, hat vollkommen ausgereicht für so eine Szene. Das war, ja, war halt einfach passend. Total, also ich bin auch der Meinung, andere Schauspieler hätten es schlechter gemacht. Und ich will mich nicht immer vor Steven Seagal stellen müssen, auch vor allem, weil er eine Schweinebacke ist, das ist so. Aber Blumen da, wo sie hingehören, er ist nicht so schlecht in gewissen Szenen, wie andere Leute da zumpft. Also ich finde jetzt zum Beispiel ein Chef Speakman, mit aller Sympathie, die ich für den Mann habe, ist ein schlechtere Darstellungsseagal. Lundgren, den ich übersympathisch finde, ist in ganz vielen Szenen einfach, er wirkt fremd darin. Ich fand Seagal bei diesen Szenen nicht so fremd, wie die genannten Persönlichkeiten in anderen Filmen. Das ist einfach, für mich ist das einfach so. Ja, man nimmt es eher hin, ne? Ach schon, auch Schwarzenegger. Also man nimmt es ihm einfach ab. Schwarzenegger ist kein guter Darsteller, sorry. Aber nochmal, das ist ein anderes, darum geht es auch nicht. Aber ich fand, wir müssen sie gar nicht immer so schlecht machen bei gewissen Szenen. Das will ich einfach mal gesagt haben. Ist nicht so schlecht bei gewissen Szenen. Es gibt genug andere Szenen, über die man sich dann wieder lustig machen kann. Ja, das machen wir aber auch. Da kann man jetzt an der Stelle ruhig mal ganz kurz eine kleine Lanze brechen. Ja, ja. Und was ich noch sagen wollte, Sonny ist ein kluger Junge. Vier Jahre alt, sprang aus dem Fenster, hat es überlebt. Keine Ahnung wie, wie abgefuckt der kleine Junge da unten angekommen ist. Tja, wer weiß, ne? Er ist offensichtlich nicht im Rosengebüsch gelandet. Vielleicht war er ein Trambolin. Jedem guten Vorgang steht da ein Trambolin, oder? Genau. Aber dann wäre er wieder hochgesprungen. Den nächsten Schuss angekriegt. Aber Sonny war mit vier Jahren klug genug, um zu wissen, wo Onkel O'Malley lebt. Ja. Das fand ich toll. Wer weiß, vielleicht hat er ja auch gar nicht so weit weg gewohnt. Ja, vielleicht gleich gegenüber. Vielleicht, gleich. Wer weiß. Ja, aber trotzdem. Mir gefällt das alles, der Glauben, dass der kleine Sonny jetzt weinend zum Onkel O'Malley rennt. Das finde ich irgendwie in meinem Kopf, da knotet sich wieder was zusammen. Nicht so sehr wie bei Nico, wo ich ein riesen Mafia-Gebilde noch gesehen habe. Aber zumindest ein paar kleine Szenen sehe ich in meinem Kopf. Da war noch ein bisschen mehr dahinter. Da ist, ja genau, da sind so ein paar, es ist längst nicht wie bei Nico. Du hast ja bei Nico ganz oft gesagt, da gibt es immer noch ein kleines Detail mehr, über das man sich Gedanken machen kann. Und hier sind es ganz, das ist ganz, ganz rudimentär. Ganz, ganz wenig nur. Das ist ein Fast-Food-Film, oder? Aber gutes, richtig geiler Burger, geile Fritten, gutes Ketchup, Heinz-Ketchup, richtig gut, alles top, richtig gut. Aber es ist nichts, wo wir jetzt sagen können, boah, aber es ist gut. Passt doch gut auf die nächste Szene, die jetzt kommt, denn die Action-Doors-Strecke ist jetzt endlich vorbei, wenn O'Malley weg ist. Ja, aber ganz vorweg, O'Malley, Sigal, bitte die noch um einen Gefallen. Da muss ich sagen, oh shit, Alter, du hast schon genug Gefallen, einen Geforderten. Aber ganz klar, sag nachher, kannst du bitte Sonny von der Schule nehmen? Genau. Das ist alles, ja. Sigal möchte, dass sein Sohn in Sicherheit ist. Bring ihn weg, irgendwie, bring ihn weiter, egal wohin, einfach weg. Ja, wenn es 3000 Meilen entfernt ist. Und dann bekommt der Sigal den Colt und er schießt, er schießt auf diese Baumstümpfe da und das fand ich großartig. Und es kommt diese große Szene. Und Sigal erklärt dann O'Malley, warum sie gewinnen werden. Ach, dieser Monolog, ja. Und zwar auf Englisch war es, you have superior state of mind. Und das Alter, halt einfach deine Fresse. Es ist nicht übertreibend, jetzt nicht, mach es nicht, mach es nicht kaputt. Wir sind alle deine Fans, mach es jetzt nicht kaputt. Und wenn man der Recherchearbeit von Vern Glauben schenken darf, dann war das ja improvisiert, offensichtlich. Weil diese Passagen standen ja in den Skripten nicht drin. Und Sigal hat wohl irgendwie drauf bestanden, dass es reinkommt, nehme ich an. Weil er, ah, da habe ich ein Masterpiece abgeliefert, eine Speech. Und das war wieder schlecht, Sigal. Das war schon wieder schlecht. Siehst du, es geht schon wieder. Das war, das war, das war, das war nix, ey. Das war, das war wieder so ein Fremdscham-Moment. Ja, ja, ja. Äh, jedenfalls O'Malley haut ja ab, oder? Und Storm sieht mal wieder, da ist ja der Senator Trent, der hat eine eigene Fernsehshow. Ach stimmt, ja richtig, da kommt dann ja jetzt hier seine Erinnerung zurück. Jetzt erkennt er endlich die Stimme, ne? Auf Deutsch, ja, an dem, genau, an dem Spruch, darauf können sie sich verlassen. Und im Original, you can take this to the bank, ne? Take that to the bank. To the blood bank. Oh, war das toll, das war so. Es ist richtig schade, dass das in der Synchro verloren geht. Die springen sie zur Blutbank, na der Trend. Ja, das hätte halt auch nicht funktioniert, das hätte man nicht verstanden. Also die Synchro ist nicht nur, wie du schon sagtest, so ein bisschen entsexualisiert. Die ist leider, fängt die auch die One-Liner nicht so gut ein. Wobei eigentlich, es gibt ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, so richtig gute One-Liner, eigentlich nur den, Blutbank. Und dann ja noch einen am Schluss, also den Eil mit dem Billard-Kö. Wir kommen noch dahin. Wir kommen noch dahin. Wir loben ja oft die deutsche Synchronarbeit. Wirklich oft. Ich fand auch in diesem Film, Sigals Stimme war nicht die, ich weiß nicht, wer der Typ war, war nicht gut. Ich fand die deutsche Synchronstimme nicht gut. Ich fand auch die Synchronarbeit in dem Film nicht gerade überraschend, muss ich sagen. Nein, nein, nein. Das war nicht Highlight. Das ganze Ton- und Sprachausgabe in dem Film, da hat man sich nicht so viel Mühe gegeben. Ich weiß nicht, wieso. Gründe sind mir nicht bekannt. Aber ich habe auch mehrfach zwischen der Original- und der deutschen Tonspur hin und her geschaltet. Auch mal Interesse halber, weil ich wissen wollte, was so gesagt wird. Da ist das nämlich dann irgendwann aufgefallen, dass da doch einige Sprüche einfach, ja, da wurde so drüber gewischt. Mit so einem 0815-Spruch einfach auf Deutsch. Das war ein bisschen schade. Und was auch, was mir auch aufgefallen ist, manche Geräusche sind auch einfach hinten rübergefallen. Es gibt eine Szene, das ist mir ganz präsent aufgefallen. Als der Killer im Krankenhaus auf der Koma-Station an Betten vorbeigeht, da guckt er immer hier auf diese Krankenblätter, diese Krankenakten. Und die Amazing Storms Krankenakte schmeißt er einfach zurück mitten in den Raum. Und da hörst du halt nix. Kein Geschepper, kein Geklirre oder so. Und das ist mehrfach im Film. Sowas finde ich immer schade. Das ist ein bisschen schlampige Tonarbeit. Ja, ich finde auch, dieses Klemmbrett hätte seinen Auftritt verdient. Oh ja, stimmt. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Naja, gut. Jedenfalls sind wir jetzt schon soweit. Andy kommt nach Hause. Oder? Storm hat geschnallt, Trent ist der Hurensohn. Habe ich da aufgeschrieben, sorry. Da steht so da. Andy kommt nach Hause. Es wird gepackt, wir müssten weg hier. Richtig. Jeans und alles, egal. Storm hat viele Kleider, sehen wir auch. Ja, Andy soll bloß nicht seine Jeans und seine Jacke vergessen. Nur nicht die Jeans und die Jacke vergessen. Das ist aber kalt. Das ist kalt in der Seinsschlösung, Frühling. Ich habe gedacht, das hat er doch an. Ja, sagen wir schon. Und danach kommen die bösen Jungs. Ja, eine ganze Menge davon. Zehn, zwölf, keine Ahnung. Die sind doch nur mit drei Autos dahin gefahren. Und ich bin mir ziemlich sicher, in jedem Auto saßen nur zwei Leute. Also offensichtlich haben sie dann noch mal ein bisschen Verstärkung geordert. Naja, egal. Vielleicht waren sie klug genug. Jedenfalls, was fällt einem auf? Der erste Typ springt ja vom Balkon runter. Also springt auf den Balkon durch das Fenster rein. Andy schreit, Mason! Und Siegall macht gleich mal den ersten Typen an der Tür platt, drückt den Gewehrlauf ins Gesicht und erschießt den Typen am Fenster. Tusch, tusch, tusch. Gut. Das ist richtig. Also die Ballerei, die ist ja nicht sehr lang. Nein, aber die ist heftig. Aber die ist heftig. Aber, aber, jetzt pass auf. Jetzt hast du den, komm, Andy packt, Storm packt Andy an der Hand, geht mit dir aus dem Schlafzimmer raus, du siehst da runter, ein Stockwerk weiter runter, wo Dean Norris, glaube ich. Die sind auf dieser Empore. Das ist Empore, genau. Danke, das Wort Empore, genau. Und Storm schmeißt Andy hin und er auch. Und die beiden krabbeln ja dann so zum anderen Ende dieser Empore. Warum schießen die Bad Guys nicht in die Empore? Nein, das meinte ich gar nicht. Ach so. Wir haben im ersten Film Sigal wirklich gelobt, da hat er richtig viel selbst gemacht. Im ersten Film hat er richtig viel selbst gemacht. Dieses Ganze, ich bin hier auf allen Vieren und begeben, das war nichts egal. Ich habe das mehrmals gesehen, das war nichts egal. Ach, meinst du echt? Ach, guck mal, in dem Moment war ich so in der Action-Szene, da habe ich darauf gar nicht mehr geachtet, wenn ich ehrlich bin. Und wenn mich jetzt jemand korrigiert hätte, das war doch Sigal, schau nochmals hin, ich habe es etwa dreimal geschaut, das war doch nicht Sigal. Also das war nicht, das war nicht. Beim Aufstehen ist es dann wieder und dann knallt er die beiden Typen da unten ab und schon wieder kommt ein anderer von hinten, er schmeißt seine Waffelfeldwur über die Empore runter, nehme ich sogar an. Das ist ein Anschlussfehler, den wir nie lösen werden, nehme ich an. Und dann greift dem Typen den Arm, großartig. Ich schmeißt ihn runter. Da kommt ja noch mal einer mit dem Messerchen oben auf der Empore. Ach so, das ist ja den, der runterschmeißt. Einer schmeißt doch ins TV-Gestell noch, oder nicht? Ja. Hey, keine Ahnung, weiß ich schon nicht mehr. Genau. Sie ist ja gerade ein Kampffogel an meinem Fenster vorbeigeflogen, ohne Scheiß. Okay, sorry, tut mir halt. Da hat wohl den Ruf des Falken gehört. Keine Ahnung, das war es gerade beeindruckend. Sorry. Und dann kommen weitere Typen von draussen. Storm schmeißt Andy wieder hin. Und wiederum siehst du der, der sich auf den Boden schnallt. Das ist nicht Steven Seagal. Es ist ein Latino-liker Stuntman. Das ist ganz offensichtlich. Ja, da ist es mir auch aufgefallen, dass das ein bisschen merkwürdig aussieht. Habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, so hundertprozentig. Den habe ich schon gerade schon früher. Schon auf VHS ist mir das aufgefallen. Diese eine Szene, die andere habe ich auf DVD erst jetzt geschnallt eigentlich. Aber gut, ganz offensichtlich, jetzt weiß man natürlich nicht, wollte er es nicht mehr selber machen? Oder hat das Studio gesagt, da fliegen so viele Holzsplitter durch die Gegend, durch die ganzen Knallerbsen, die da verteilt im Raum waren? Das lassen wir mal lieber ein Stuntman machen. Weil das hat ja schon ordentlich gerumst, ne? Ja, ja. Ja, lassen wir es mal so stehen. Ich weiß, ich habe da einfach immer so meine Zweifel. Wenn man es so extrem sieht, manchmal könnte es dann auch ein bisschen besser machen, vielleicht, dass man das Gesicht nicht so offensichtlich sieht. Du hast doch dann eine Sekunde, wo du ganz klar siehst, es ist nicht Stevens egal. Und dann fühle ich mich noch immer ein bisschen verarscht. Das hat man dann bei der anschließenden Verfolgungsjagd in dem Jeep ein bisschen besser kaschieren können. Ja, absolut, das hat man besser gemacht. Da hast du nichts gemerkt eigentlich. Das hast du nichts gemerkt. Da haben sie es ja teilweise so gefilmt, wenn die hinter einem Zaun entlang gefahren sind, dann war so der oberste Zaunbalken war genau auf Kopfhöhe zum Beispiel. Ja, da hast du es nur bei den Sprüngen manchmal gesehen. Aber auch da, einfach eine schöne Stuntarbeit auch. Den einen Typen, den er da durch diesen kleinen Tempel da durchholzt. Ja, das war auch so. Das war halt noch, 1990 hat man noch richtig gute Action für uns primitive Männer produziert. Das ist einfach toll. Andy und Storm flüchten zurück nach Los Angeles. Ah, und das Pferd wird noch freigelassen. Das Pferd. Ach, sorry, Pferdefreund. Pferdefreund Jan, sorry. Natürlich, natürlich. Das Pferd wird nicht gegessen. Es darf durch den kaputten Zaun in die Freiheit hinaus galoppieren. Ja, der Maschendrahtzaun ist weg. Man kann wieder raus. Und ja, wir sind in L.A. jetzt mit Storm und Andy und wir sehen, wie der gute Mason einfach zu einer Gangsterbande fährt und spontan dem Typen anbietet. Hey, heißes Gefährt. Willst du meinen Wagen haben? Wie heiß ist denn der? Verdammt heiß. Es ist nämlich ein richtig geiler Jeep. Der ist viel geiler als dein Alter. Viel geilerer Camaro, der einfach abgefuckt ausschaut. Wenn du den geil lackierst, das ist dann glaube ich schon ziemlich okay. Aber. Ja, den hat Michael Bay dann hinterher gekauft, ne? Für Transformers 1. Würde ich auch sagen. Das ist wohl der gleiche noch. Jedenfalls, wir sehen diesen Autowechsel. Einfach. Fände ich übrigens geil, wäre da das Hinkebein nochmal aufgetaucht. Oh, wäre super gewesen. Das wäre doch cool gewesen, oder? Wenn da die Überlebenden von diesem Abend einfach vor dem Auto gestanden hätten. Ist egal, die hätte angehalten. Die hätten den angeguckt und wären weggerannt. Das wäre super gewesen. In der Action-Komödie wäre das so gewesen. Der Film hätte neue Höhen erreicht nochmals. Aber ich finde jetzt rückblickend diesen Autowechsel ist sowas von doof. Das ist halt Quatsch. Absoluter Quatsch. Und jetzt geben sich die beiden als Immobilienmakler aus, um ins Storms altes Haus zu kommen, damit er die Kamera holen kann. Denn Ormelli hat ja noch den Auftrag bekommen, er muss das Tonband holen. Genau, er soll das Tonband holen. Davon hat er eine Kopie und das soll er dann schon mal abliefern. Genau, und Storm holt die Videokamera. Genau, so wollten sie sich aufteilen und dann wollten sie sich bei der Union Station treffen. Bei der Union Station treffen. Genau, und da dann abhauen. Und das funktioniert auch. Die Kamera haben sie. Jetzt liegt es an Ormelli. Jedoch leider wird Ormelis Mutter abgehört. Das weiß ich gar nicht mehr. Genau, Andy hat bei Ormelis Mutter angerufen und hat da alles hinterlassen. Das war ein Fehler. Irgendwann muss es passieren. Kannst du dir gar nicht vorwerfen. Ja, sie sollten irgendwie eine Nachricht hinterlassen in einem Hotel. Und die gute Frau Ormelis, die alte Dame, die schreibt das ja nicht nur auf, die sagt es ja auch noch laut. Ja, und die wurde sofort am Telefon abgehört, als auch dann noch per Funk oder Richtmikro und ja, dumm gelaufen. Und die Nachricht besagt hat, dass sie sich an der Bahnhofsstation treffen wollen. Aber die Polizisten sind zuerst im Hotel und bereiten sich in der Lobby aus und erkundigen sich dann auch schon nach der Nachricht und wissen dann halt, wo sie hin müssen. Und dann tauchen Storm und Andy auf, die sich dann auch noch mal die Nachricht geben lassen. Ja, aber, wie es halt so ist, ist der gute Mensch auch immer noch hard to kill. Und der eine Gangster, der da über den Teich schwappt, irgendwie, warum geht er durch den Teich? Ich weiß nicht, hätte er sicherlich auch außen rum rennen können, aber in der Hotellobby ist halt so ein, ist halt so ein Koi-Karpfenbecken oder so und da rennt er halt einfach durch. Es ist aber auch nicht, wie aus einem anderen Film irgendwie. Es ist auch nicht die spektakulärste Sequenz, muss ich sagen. Nein, ehrlich gesagt macht er ja auch nicht viel. Der haut einen zweimal durch die Scheibe, aber das ist ja auch so ein Trope, das gehört ja auch in die Frühwerke, da müssen Leute halt durch Scheiben geschmissen werden. Und insofern macht er das zweimal. Und was aber auch noch passiert, dass O'Malley Sonja das Schule holt. Ja. Und das finde ich noch... Ja, er sammelt den halt ein, aber... Ich fand das insofern einfach noch so ein bisschen Figuren-Building von diesem O'Malley. Und hey, es ist also bei, es gehen dein Vater, du und ich fischen. Mhm. Das ist auch sowas, das... Der Mann meint es nur gut. Der Mann meint es nur gut. Dieser O'Malley-Figur wird recht viel Raum ein. Oder der bekommt recht viel Raum. Ja. Ich will den Spin-Off von O'Malley haben. O'Malley Beginns, auch da will ich das haben. Diese sieben Jahre, ne? Ja, was ist da passiert? Macht eine Serie dran. Netflix. Hier kannst du eine ganze Serie draus machen, genau. Und ab und zu besucht er Mason Storm im Krankenhaus, muss er ja nicht zeigen. Ja, genau. Genau. Da könnten wir so viel draus machen. Gebt uns ein paar Milliarden. O'Malley die Serie. Jan und ich, wir würden aus jedem Sigal-Film machen wir eine Spin-Off-Serie. Ich sag's euch. Ja, und ich sag mal, so ein paar Fälle außer intern ist halt auch immer ein guter Stoff, ne? Ja. Wir bringen das fertig. Jan, wir müssen Netflix machen. Nee, also... Die waren dann... Dann kommt die Verfolgungsjagd. Die flüchten aus dem Hotel und dann steigen die doch direkt hier in so ein Texaner, in so ein... Nee, hier in so ein Kario von einem Texaner ein. In so einem Leihwagen. Die Kleine haben eine rote Korvette von irgendeinem Typen und hauen ab. Das ist noch... Das sagt er doch noch, das wäre in Dallas nicht passiert. Genau. Genau. Und gleichzeitig ist O'Malley schon in der Union Station und wird auch da schon erwartet. Das wird erwartet und sagt auch nochmals, hier, O'Malley, nochmals, eine tolle Szene. Denn Sonny, das ist ein... Dieses beiden Sonny-Darsteller waren auch ganz vernünftige junge Darsteller. Ich fand das überhaupt nicht peinlich. Ich fand den Jungen, den Zweiten jetzt sogar noch besser. Vom Gesichtsausdruck her fand ich den sogar sehr überzeugend. Das hat mir gefallen. Ja, immer sehr, sehr verunsichert, immer ganz ängstlich. Hat auch völlig gepasst. Also hier, die Kinderdarsteller in diesem Film sind nicht schlecht. Und O'Malley sagt noch, ihr zwei müsst euch erst wieder kennenlernen. Das kommt schon. Bist nervös. Alles kommt gut. Und sag noch, wenn dein Vater... Genau, Sonny sagt ja noch, meine Hände zittern. Und O'Malley sagt, das ist ganz normal. Klecker nicht mit dem Hotdog. Genau. Zieh die Jacke an, so hier. Dann musst du ja noch die Jacke anziehen. Dann besprechen sie ja nochmal. Du weißt, was ich dir gesagt habe. Wenn dein Vater auftaucht, haut ihr zwei mit dem Zug ab. Wenn er nicht auftaucht, fährst du alleine. Du bist hier weg. Auf jeden Fall. Einer von uns wird immer auf dich aufpassen. Genau. Ich muss fast weinen, ehrlich gesagt. Einer von uns ist immer für dich da. Ganz ehrlich, irgendwie, das packt mein kleines Männerherz gerade heftig. Das ist schon, wir passen immer auf dich auf. Diese Engel. Puh. Gott, was für ein Film. Ein riesen Film. Das ist ein riesen Film. Lass uns ihn mal nicht höher machen. Ich will nicht, aber gut. Diese Szenen sind gut. Diese Szenen gefallen mir sogar sehr gut. O'Malley-Szenen sind toll. Ja, wie du schon sagtest, man muss für manche Szenen in dem Film einfach mal eine Lanze brechen. Und es ist irgendwie erst ein bisschen so Chief O'Brien in Deep Space Nine-mässig. Überall Chief O'Brien auftaucht, der ist einfach Gold wert. Irische Darsteller, irische Figuren sind einfach toll. Das sehen wir einfach mal wieder. Moment, ich gebe dann Sony noch das Tape. Und schon taucht dieser Brands Combridgement auf. Ja, den haben wir ja schon vorher ein paar Mal gesehen. Aber ich meine, die Fresse, die kennst du ja aus so unendlich vielen Nebenrollen. Das ist grossart. Die Brands Combridgement, ich habe den, glaube ich, schon einige Mal in diesem Podcast erwähnt. Und wenn ich hier dann woanders, es gab vor ein paar, vor ein paar Jahren, Anfang 2000, in den 90er Jahre, war bei uns im Ort, wo ich aufgewachsen bin, Muttens, das ist gerade ein Vorort von Basel, war es ein Konzert, ein Country-Konzert. also, nochmals, liebe Schweizer, wenn ihr euch daran erinnert, bitte, ich brauche Beweismittel. Ich habe das Plakat gelesen, Brands Combridgement in Muttens plus die Darstellerin, die April O'Neil in Nightrider gespielt hatte, die Rebecca Holden, die waren ja beides auch Country-Sänger oder haben Musik gemacht zumindest. Beide waren da und ich war nicht da. Ich könnte kotzen. Ich hätte Brands Combridgement in meinem Heimatort sehen können, echt. Also, vielleicht ist meine Erinnerung völlig weird, aber wenn das einer bestätigen könnte, nochmals. Das muss man doch irgendwie rausfinden können. Ich hänge mich nochmals dran, Jan, ich muss es wieder beziehen. Ja, das würde ich gerne bestätigt haben. Ich brauche Bilder. Das wäre ja richtig witzig. Ich war nicht da. Hey, scheiße. Scheiße, ja. Ja, jedenfalls. Ja, nur. Kentero taucht auf und O'Malley sagt Sonny, hau ab, verschwinde von hier. Und Sonny gibt Fersengeld. Und O'Malley haut auch ab, wird aber von einem dieser Sparkos in den Rücken getroffen. Bam. Er kriegt zwei Schüsse in den Rücken ab und fällt hinter einem Taxi zu Boden und gibt dann wahllos noch ein paar Schüsse auf die Tür ab. Einen trifft er in die Hand. Einer ist zumindest getroffen irgendwie. Genau, aber O'Malley ist schon stark angeschlagen. Man denkt schon, er würde direkt abkratzen, aber er rappelt sich dann ja nochmal hoch. Scheiße, jetzt kommt der Spruch, ich liebe dich, Sonny. Und dann nimmt er das, wie heißt das Eisen, wie heißen die Eisen, diese Iron, Brecheisen. Ja, das ist so ein, hier so ein, nee, es war kein Brecheisen. War das nicht so ein? War das ein Wagenheber gewesen? So eine Stange halt. Stange, Wagenheber, irgendwas, und haut den Typen noch kaputt. Ein Schraubenschlüssel, ne? So für die, für die Wagenmuttern, für Reifenmuttern. Sagt er ihnen nicht noch, ihr seid eine Schande für die Polizei? Und dann schießt der Typ noch auf ihn, das ist quasi der finale Schuss, aber im letzten Augenblick seines Lebens haut er dem Typen noch die Fresse kaputt. Oh. Der kriegt noch richtig einen mit und dann bricht O'Malley hinter dem Taxi zusammen und das war's. Aber hey, können wir noch mal sagen, was für eine tolle Figur O'Malley war? Ich liebe dich, Sonny. Das letzte, was er eigentlich noch gesagt hat. I love you, Sonny. Bam. Scheiße, hey. Also. Also, großen Respekt für O'Malley. Machen wir jetzt zehn Schweigesekunden für den O'Malley. So. Machen wir weiter. Das musste sein. Das musste sein. Ich bin ganz bei dir. Ich sag mal schweigen können. Alles gut. Ich hab's auch genau so gefühlt. Aber Sonny ist am Leben. Das ist das Wichtigste. Der rennt um, der rennt wirklich um sein Leben. Der Junge kann rennen, he? Ja. Der kann rennen. Der rennt. Der gibt richtig Stoff, der gibt richtig Gas und in dem Moment taucht dann ja auch Storm wieder auf. Genau. Papi. Papi ist hinter ihm. Also, wir haben irgendeinen Typ und dieser Quintero sind hinter Sonny und Storm ist hinter dem hinteren Typen. Der bleibt auch gleich mal liegen. Steht auf und Storm bricht spontan mal die Kniescheibe, nehme ich an. Da sehen wir, genau, da sehen wir das zweite Mal, dass Seagal dann nochmal rennen darf. Er rennt auch, rennt aber nicht so. Ein Stückes Verfolgungsjagd durch die enge Gasse, aber er ist schon verdammt schnell. Er ist sau schnell und er ist nicht, es ist nicht so ein, ich nenne es mal so ein Anführungsschluss, sei es ein peinliches Rennen wie Above the Lover, wirklich weh. Er ist einfach sau schon unterwegs. Er ist richtig, richtig schnell und haut den einen dann ja, bricht ihm irgendwie die Kniescheibe und haut ihn dann dann noch in die Mülltonne rein und herrlich, toll klettert den anderen beiden hinterher und dann landen die ja dann in so einer Einkaufspassage. Ich weiß schon, Chinatown oder sowas? Ja, so ein bisschen, war so ein bisschen Chinatown angehaucht. Dann stellt der Quintero, der ja auch mitverantwortlich für den Anschlag bei ihm zu Hause war damals, also der hat seine Frau mitgetötet. Quintero hat offensichtlich einen der finalen Schüsse abgegeben und erinnert sich dann daran, was er an der Hand erkennt. An der Hand erkennt das, genau, das gebrochene Handgelenk sieht er wieder. Und ja, wird auch dann der Quintero bettelt quasi um sein missratenes Leben. Erst noch große Schnauze, ne? Komm her, ich mach dich fertig. Und dann... Aber dann, Storm kennt nix, zuerst mal den Arm brechen. Dann bricht der Storm über ihn herein. Oh, schön. Der Storm bricht über ihn herein. Aber wirklich, zuerst Arm gebrochen, dann das Genick gebrochen. Tschüss. Der prügelt den ja noch durch diese Küche, ne? Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Da ist ja dieser Imbissstand, wo der den durchprügelt. Mich hätte noch, gefreut, hätte er noch so ein bisschen heißes Wasser abgekriegt. Oh, verbranntes Gesicht, aber schön gewesen. Ja, immer gut. Bisschen Feuer und Säure vielleicht noch. Ja, ja, genau. Eine kleine Amputation vielleicht noch zuerst. Aber das bekommen wir nicht. Ich muss sagen, ich finde diese Szene gar nicht so geil, weil die hat relativ wenig Druck. Ja, die hat die hat insofern wenig Druck, dass einerseits die Schnitte auch komisch sind, während er den da so rumschubst und andererseits schubst er ihn ja nur. Also ist jetzt nicht so viel nicht so viel Faustkampf. Also katapultiert ihn ja eigentlich nur von einer Kiste in die nächste. Aber er bricht ihm den Arm und dann das Genick. Also ist schon hart, aber das ist auch heftig, als er ihm das Genick kriegt, weil da kommt er schon einiges an Rache ab. War das der, nee, es war nicht der erste Genickbruch, er hatte schon im ersten Film, hat er wenigstens einen Genickbruch gehabt. Aber das ist so der typische Knack, Sigal, Knack. Ja, der Zängen bei Nico, da hat er ganz am Ende, im Finale, den hat er genauso fertig gemacht. Aber das ist schon ein bisschen Signature-Move, der Genickbruch ist ein Sigal-Ding, das ist einfach so. Die sind auf den Rücken legen und dann so von unten so nach oben ziehen. In der deutschen Fassung, hörst du, dann legt der Kentaro tot am Boden und Storm schmeißt so eine Maske auf ihn drauf, irgendwie, oder? Und in der deutschen Fassung hörst du im Hintergrund eine Frau umbringen, umbringen. Wirklich? Ich weiß nicht warum. Wen? Er ist ja tot. Umbringen, umbringen. Okay, da muss ich nochmal reinhören. Hör sie bitte an, das ist toll. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob im Original auch jemand noch was skandiert im Hintergrund, aber da hörst du, umbringen, umbringen. Es ist ja so ähnlich wie diese Szene, als Andy, als die Killer sich an Andys Fersen heften. Da gibt es auch so eine Szene, wo der Milchmann nochmal gezeigt wird. Da ist auch aus dem Off einfach so ein Spruch drin, so, hey, Billy, vergess die Buttermilch nicht, oder so. Und dann, und dann ist erst der Szenenwechsel. Ich weiß gar nicht, warum das drin geblieben ist, weil Kelly, Kelly LeBrock ist zu dem Zeitpunkt auch schon lange weggefahren, man sieht gar keine Autos mehr. Du siehst nur noch diesen Milchmann, der langsam wegfährt. Naja. Also die Regie dieses Filmes ist schon ein bisschen merkwürdig, muss man sagen. Das ist schon nicht so professionell zusammengepappt wie der erste. Es gibt auch noch eine andere Szene, fällt mir jetzt gerade ein, ist jetzt ein bisschen verspätet, tut mir leid. Als sie aus dem Krankenhaus flüchten, als Andy die Bahre, diese Schräge draußen schon zum Parkplatz runter brettert, und die Bahre immer so links und rechts gegen das Geländer knallt, da gibt es einen ganz, ganz kurzen Cut, da wedeln von links Hände rein ins Bild. Echt? Ja. Das ist ganz, ganz kurz. So ein Sekundenbruchteil. So zwei Hände, die dann so reinschlackern und dann sind die schon an der Kamera vorbei. Es gibt ja auch Szenen in Nightrider, die schon mit Modellen gearbeitet haben, wo du siehst, wie Kit von der Hand geworfen wird. Ja. Ja, und natürlich die berühmten Mikroszenen oben. Ja, ja. Ich liebe ja, wenn in solchen Fassungen von Filmen, in alten Fassungen oder Serien eben das Mikro noch ins Bild hängt. Oder du siehst, vor allem bei alten TV-Serien, wo schnell gearbeitet wird, du siehst ganz klar den Kameramann, Kaugummi-Counter da. Das ist fantastisch, ja genau, wenn irgendwo in so einer Spiegelung der Kameramann sitzt. Leider in den heutigen, wenn es irgendwelche neu überarbeiteten Fassungen gibt, wird das meistens dann entfernt, aber ich finde, das macht den Charme doch irgendwie raus, diese Fehler zu finden. Es gab damals Bücher über Filmfehler, über Serienfehler. Ich habe von Star Trek vier Bücher über diese Fehler. Und das ist großartig, das gehört doch alles zum ganzen Charme dazu irgendwie. Auf jeden Fall, finde ich auch. Mich auch umbringen, umbringen, das ist auch sowas. Umbringen, umbringen ist aber schon richtig gut. Wieso? Was haben die sich denn bei der Synchronarbeit dabei gedacht? Muss noch was rein, kann dir jemand was sagen? Umbringen, umbringen. Okay. Ja, wo sind wir? Ich habe jetzt gerade völlig den Genickbruch. Er ist mit seinem Sohn wieder vereint. Und was für eine herzliche Szene. Also irgendwie... Ist egal und Kinder ist es nicht so. Es war schon ein bisschen ganz merkwürdig, was da... Funktioniert nicht so. Also eigentlich bekommen Storm... Die Storms, die Reunion der Storms, da ist viel weniger Herz drin. Blut gebaut. Aber wirklich, hey. Aber da ist viel weniger Herz. Sein Sohn musste gerade noch angucken, wie sein Papi einen Typen durch den Imbiss prügelt und dann auf übelste Art und Weise das Genick bricht. Ja, und dann ist natürlich sofort Friede vor der Eierkuchen. Aber das ist krass, die Szenen zwischen O'Malley und dem Jungen waren viel herzlicher oder O'Malley und Storm als zwischen den beiden Storms. Also da... Wenn schon... Ich meine, gut. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch mal sagen, die haben sich halt seit sieben Jahren nicht gesehen. Sunny war vier. Der wird nicht viele Erinnerungen... Ich meine, an wie viel kannst du dich aus deinem vierten Lebensjahr erinnern? Das ist nicht viel. Das heißt, da ist gar keine Beziehung. Die Beziehung besteht eigentlich eher von Storm zu seinem Sohn, aber nicht in die andere Richtung. Ja, das stimmt. Aber trotzdem... Aber auch das sieht man ja nicht. Aber ja, lassen wir das mal sein. So, also hier ist keine Szene, für die man eine Lanze brechen kann. Das kann man mal sagen. Und Storm klaut sich irgendwie ins Auto eines asiatischen Händlers oder irgend sowas. in dieser Art. Er klaut sich halt einfach das nächste Auto. Nein, gar nicht wahr. Kelly kommt angefahren. Kelly hat doch ihr... Also Andy... Andy hat doch irgendein... Hat doch... Ja, Kelly, Andy... Mein Gott. Die Frau kommt angefahren und hat doch irgendjemand per Anhalter hat sie sich doch mitnehmen lassen. Ach, ich hab schon vergessen. Ja, die rennen in irgendeiner Szene rennt die auf die Straße. Anhalten, anhalten! Ach, das ist das Auto, das geklaut wird, oder? Ja, kann sein. Damit fahren sie dann auf jeden Fall weg. Und vor allem sagt dann Storm noch, äh, Andy, das ist mein Sohn Sonny. Äh, Sonny, Andy. Ach ja, genau. Wer sind sie? Genau, er fährt damit alleine weg. Genau, und wer sind sie? Ja, also... Das ist schon krass. Nach so ein paar Minuten Zeit. Ey, also nochmals, das Leben dieses Jungen, der hat jetzt gerade mitbekommen, wie Onkel O'Malley erschossen wird. Dann zaut sein Vater auf und prügelt direkt jemand tot. Ja, tief in ihm drin hat er noch Bilder von Mort und seinen Eltern im Kopf, was der im Schlafzimmer gesehen hat. Dieses Kind ist schwer dramatisiert. Das finde ich echt heftig, was die... Nochmal, es ist ein Film, aber ich denke drüber nach, ich bin alt, ich denke drüber nach. Ja, man macht sich so viel nach. Das ist schon krass, was man diesem Jungen einfach antut. Das ist schon übel. Ja, und schon sind wir ja eigentlich jetzt in der Villa von Senator Trent. Denn der sitzt noch im Whirlpool mit einer jungen Hübschen. Genau, die aber die total gerne ins Ballett gerne möchte. Ja, lass ihn doch gehen. Ja, warum ist sie nicht alleine gegangen? Get lost, geh weg. Hau ab. Warum? Waren die Karten in Senator Safe eingeschlossen? Aber jetzt siehst du auch, wo das Geld hingeht, wenn du Politiker bist. Es geht in einen geilen Pool mit deiner nackten, jungen, blonden. Mit einem riesigen Garten dahinter. So, ey, dieser Garten dahinter. Ich weiß gar nicht, wo das, wo du, ich weiß gar nicht, wo das auf diesem Anwesen gedreht sein soll. Ich meine... Hab ich echt gedacht, das kommt was ganz an. Mit einem riesigen Busen? Ach so, ja, mein Gott. Dass sie da oben, dass sie da oben ohne im World Pool sitzt, das hat man ja schon gesehen, ne? Aber ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wo auf diesem Anwesen dieser Pool sein soll. Hab ich irgendwo, ich hab's gelesen, die Villa ist die aus Big Lebowski. Ach echt? Sollte die gleiche Villa sein. Das hab ich irgendwo noch recherchiert. Fragt mich bitte nicht, oder ihr habt's... Na gut, ich meine, solche Locations werden ja sicherlich auch öfter benutzt. Ja, wenn du das Gebäude von der Foundation für Recht und Verfassung in Nightrider hast du in x anderen Filmen gesehen, das ist toll. Auch Videoclips und so weiter, toll. Also, LA ist halt auch, da hast du tolles Zeug zum Filmen, ja. Aber ja, dann kommt ja eigentlich, also Storm ist im Gebäude schon drin, da hat sich eigentlich... Ja, der Senator, das muss noch erwähnt werden, der wird dann ja gewarnt. Davon will er ja erstmal nichts hören, worauf er dann ja seine barbusige Gespielin aus dem Whirlpool vertreibt und die Cops, die ihn quasi, die für ihn arbeiten und die auch alle irgendwie in seiner Villa rumlungern, die weist er dann ja an, unten zu warten. Ich find's noch schön, dass korrupte Cops und korrupte Menschen immer zusammen sein müssen in so einem Hauptquartier, das braucht man einfach. Ist wirklich wie so ein Hauptquartier, ne? Die hängen nicht auf dem Polizeipräsidium rum und machen ihre Arbeit, um nicht aufzufallen. Nein, die hängen im Billardzimmer von dem korrupten Senator rum. Natürlich, normal. Ist klar. Böse ist zusammen, oder? Und ja, Storm sneekt sich da ins Gebäude und irgendwann siehst du drei dieser Arschlöcher beim Billiardspielen und Mason Storm kommt rein mit der gezückten Waffe. Wiederum ein Colt M1911 übrigens. Natürlich. Ein Signature-Colt, Signature-Move, Signature-Colt, ach, das ist alles so. Ist ja auch die einzige Waffe, die er in dem Film abfeuert, ne? Ja, 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 doch, glaube ich, ja, doch. Kriegt er von O'Malley? Nee, die Pumpkan, er schießt noch die Pumpkan irgendwann, äh, in der Villa. Ach, ja, stimmt doch. Aber das ist ja auch nur, ob du dich nicht mehr Ja, aber seine Waffe ist der Colt und, ähm, ja, hallo zusammen, ich bin wieder da. Darf ich mitspielen? Hat mir jemand einen Köh? Mhm. Steckt noch seine, steckt noch seine Waffe weg, genau, damit es ein bisschen, ein bisschen mehr Chancengleichheit ist. Ich weiß gar nicht, warum die keine Knarren dabei hatten. Die waren offensichtlich nicht mehr im Dienst. Ja, 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 aber. Keine Ahnung. Nicht, dass Mason Storm noch ein zweites Mal ins Koma geschossen wird, also lieber. Genau, das wäre sehr unangenehm. 1997, ich bin wieder da. Nein, das war, wie er mit denen aufräumt, gefällt mir sehr gut. Das ist, ähm, das ist tolle Szene, vor allem der Letzte. Hätte ein bisschen länger sein können, finde ich, weil wir sind ja jetzt im Finale, ne, wir sind im Finale und ich finde, der Payoff hätte größer sein können. Das ist etwas, was ich dem Film ein bisschen ankreide. Es sind im Grunde genommen die letzten drei Gegner und der Senator kommt dann halt noch, aber es sind die letzten drei Gegner, wo man weiß, die werden auf jeden Fall im Nahkampf platt gemacht und das hätte meiner Meinung nach länger dauern. Es hätte ein weiteres, es hätte das Billardzimmer haben müssen und noch ein weiteres Zimmer, wo ein paar Typen gerade einen Drink am Nähge sich genehmigen und am Rundvögeln sind und dann einfach vielleicht auch noch mal einen so durch die geschlossene Tür durchpfeffern, dass das Holz ordentlich splittert und so. Genau. Irgendwie sowas. Das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt auch am Film, dass da wäre mehr drin gelegen an einigen Stellen und was ich aber dem Film gebe. Ich meine, der macht die fällig, der kann es nichts sagen, ne? Auch wie der den Asiaten fällig macht, der mit dem... Dieser Asiate ist der nicht auch schon, was ist dieser Aikido-Fighter, der schon in Niko mit dabei war, der einer von Sigals Studenten war. Also ich habe gelesen, dass ein paar von den Leuten, die bei Niko schon die Stuntarbeit gemacht haben oder die in den Martial-Arts-Geschichten verwickelt waren, dass die auch hier wieder dabei waren. Das ist dieser Eskrima-Typ, den wir in Battle Revenge in der Billiard-Halle noch mal sehen werden vielleicht. Das könnte auch sein. Das müssten wir, wir werden ja bald drüber sprechen irgendwann. Und wie er den Letzten in der Billiard-Halle kaputt haut. Das ist ja quasi der Mörder seiner Frau. Das ist der de facto Mörder seiner Frau. Und zwar Billiard-Köhe in der Mitte durchgebrochen. Haut ihm das Ding in den Hals. Und dann geht er ja nicht einfach nur zu Boden, auch wie der zu Boden geht, ist ja auch so übel. Er klappt dann ja wirklich auf den Knien, klappt er nach hinten und röchelt noch ein bisschen. Es ist egal, gibt noch dritten die Fresse. Ja, genau. Und auch da wieder hier von wegen Synchronarbeit auf Deutsch nicht ganz so geil. Weil da geht es einfach unter. Was sagt er auf Deutsch? Aber im Original, ich weiß gar nicht, was der auf Deutsch sagt, irgendwie. Ich weiß nicht, es ist wirklich belanglos. Es ist absolut belanglos. Aber im Original sagt er ja, this is for my wife, fuck you and die. Oh, was für ein Spruch das ist. Und dieser Spruch hat... Ich finde halt, der Spruch an sich ist nicht großartig. Aber er ist brutal. Er ist brutal. Er ist wirklich brutal. Er ist wirklich bis ins Mark. Aber das sind ja auch diese Sigal-Familien-Protection-Sprüche. Da kommt ja im nächsten Film was Ähnliches. Nicht so, aber was Ähnliches. Vorrat noch nichts. Aber das Geile hier ist halt einfach, es hat so viele Dinge geprägt damals im Sigal-Fandom. Es gab damals, und du warst auch vor 20 Jahren vielleicht schon im Sigal-Schauen und warst im Internet unterwegs und es gab eine Website Fuck you and die. Und das war die Sigal-Fanseite. Die hieß... Nee, die kenne ich tatsächlich nicht. Schade. Fuck you and die. Und die haben halt auf diesem Spruch alles aufgebaut. Du hattest du du hattest da kleine Wave-Dateien mit Sigal-Sprüchen aus dem Film. That's why Fuck you and die. Das ist doch ein Scheiß und Bilder und Infos und alles. Und wenn du heute ins alte Steven-Sigal-Board gehst von der offiziellen Website kommst du da irgendwie hin und da geht fast nichts mehr heute. Aber naja Fuck you and die, Mann. Geile Punchline. Nice. Und als Nächster ist Captain Holland dran, denn auch der Captain Holland ist in der Villa. Er ist ein Bösewicht. Das muss er da sein. Und Captain Holland ist der, was hat Captain Holland, war der beim Mord mit dabei damals? Aber gut. Nee, der war nicht beim Mord mit dabei, aber Captain Holland ist ja der, der von O'Malley im Krankenhaus auch so zurechtgewiesen wurde. Genau. Der war im Krankenhaus und hat ja dann gesagt und heute Abend war er irgendwie nicht, was hat er mal gesagt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Heute wurde er aufgehalten. Genau, heute, genau. Heute Abend wurde er aufgehalten und wird dann ja von O'Malley zurechtgewiesen. Das ist, das ist er. Und das ist eine ganz schöne Wurst. Das ist eine richtige Wurst. Und das Geile ist, dass diese Wurst jetzt auch ein bisschen psychischer Terror abbekommt, oder? Ich meine, das ist ja schon krass. Stimmt. Richtig, das wollte ich gerade noch sagen. Nachdem er dann die drei Typen im Billardzimmer fertig gemacht hat, lässt Mason Storm ja den, den richtigen Oberpsycho in dieser Villa raushängen. Mit rot, das roter Stift, roter Farbe. Ja, ich denke, ich nehme an, das war Lippenstift oder so. Ich stelle vor, es wäre Blut gewesen. Ja. Ich meine, er hätte genug davon zur Verfügung gehabt. Ja, ja. Er hätte einfach gerade den Billardtypen den Hals mitgenommen und kommen mit. Und zwar, was steht so an der Wand? Jetzt weiß ich nicht mehr. Die Erwartung des Todes ist schlimmer als der Tod selbst. Steht auf dem Spiegel im Badezimmer, glaube ich, oder? Dann geht da, geht da, wie heisst er, der Captain Holland raus in Gang und da steht you are next an der Wand. Wow, shit. Psycho-Terror. Mason Storm dreht hier einfach mal die Rollen um und lässt da mal den, den, ja. Also eigentlich sind das ja so typische Szenen, die eigentlich der Bösewicht macht. Das ist ein Aufwand, ein Riesenaufwand, den Storm da betreibt. Das sind alle Ruhe, schreibe ich noch mal was hin. Ja, genau. Es verpufft leider sehr. Oh, vielleicht war er gerade scheißen, deswegen hat er gesagt, oh, der ist so scheißen. Scheiße, die Wand ganz leise, ganz leise Lippenstift. Hat nicht mitgekriegt, dass er unten im Billardzimmer drei Typen übelst auseinander gebrezelt hat. Ja, Billy, bist du das gerade? Ich bin gerade auf dem Klo. Nein, ich bin's nicht. Ich bin Mason Storm. Ah, okay. Keine Ahnung. Das ging, keine Ahnung. Aber das war schon, ich weiß es nicht. Es hat schon auch was, was mir geblieben ist, diese, diese, nicht negativ, ich habe das als positiv abgespeichert, dieses Storm macht süß und terror. Sehr, sehr witzig. Es ist witzig, ich kann das nicht ernst nehmen, es ist einfach witzig, oder? Nein, überhaupt nicht, das ist träschig, charmant, würde ich es mal nennen. Ach, schön, ich fand es toll, ich fand es einfach toll. Und, äh, ja, Captain Holland entleert dann ja auch seinen Revolver direkt, als Mason Storm sich einmal kurz blicken lässt. Genau, bumm, bumm, sechs Schuss weg, super. Genau, sofort leer. Können wir doch sagen, dass sechs Schüsse, ein richtiger Lulli. Sechs Schüsse in Filmen sind oft eine schlechte Idee. O'Malley musste sterben, hätte der nur ein anderer, gut, er wäre ja eh gestorben, aber trotzdem, sechs Schüsse, hier auch Captain Holland, scheiß Sex Schüsse. Standardwaffe halt gewesen, ne? Ja, jetzt ein neues Magazin eingelöst, weißt du, was ich meine? Also, ja. Egal, ähm, Holland, Holland, äh, ist im Kampf, wehrt sich mit so einem Kaminhaken da, wie nennt man das, so einem Kaminhaken? So ein Schuhaken. Und macht auch den größten, macht den größten, er wedelt da nur so ein bisschen vor sich. Er macht den größten Fehler, er rennt mit dem Teil auf Storm zu. Was im Grunde genommen gleichzusetzen ist mit einem Messer. Ja, ja. Und wiederum, man geht nicht mit einer spitzigen Gegenstand auf den Steven Seagal los, da bist du einfach tot. Fehler. Und er wird von ihm entwaffnet, wird mit einem spontanen Arm gebrochen und dann erwürgt ihn an der Krawatte. Wie geht das? Ja, ja, ich weiß nicht. Das war ein bisschen, der Kill war ein bisschen lame. Ja. Er hat halt einfach nur den Krawattenknoten zugezogen und dann fällt Holland irgendwann nach hinten um. Ja, ich hätte es richtig geil gefunden, und dann hätte er den Holland gepackt, hätte ihn irgendwie, wenn man mit ihm durchs Fenster gesprungen, auf ihn gelandet, Genickbruch. Irgendwas in dieser Art. Irgendwas noch härteres. Aber ich kann mir auch noch vorstellen, vielleicht gab es irgendwann auch noch Budgetprobleme, vielleicht auch noch, dass man auf gewisse Dinge verzichten musste. Das könnte sein. Das könnte sein, wobei man jetzt sagen müsste, so ein paar Schläge noch zusätzlich hätten jetzt auch nicht geschadet. Also bezahlt es halt kein Geld für ein bisschen Kampfchoreografie. Ja, vielleicht braucht es einfach noch ein bisschen mehr Gegner vielleicht. Das ist schon ein bisschen wenig. Ja, stimmt. Mehr Gegner. Das wäre gut gewesen. Also das Schöne ist, er hat dann Captain Holland noch auch einen schönen Spruch mit auf den Weg gegeben. Now you're a good cop. Jetzt bist du ein guter Cop. Und was mir einfach geblieben ist, dieser Blick auf Sigals Fresse, wie er seine Schnute macht. Er ist einfach mean Motherfucker jetzt. Das ist Batman. Ja, jetzt also irgendwo da in der Villa, irgendwo da, als er sich da durch diese Villa kämpft, ist bei ihm irgendwo ist eine Sicherung kurz durchgebrannt. Verstehe ich. Und dann jetzt wird es, jetzt kommt noch mehr Psycho, Psycho-Storm. Er packt nochmal einen drauf, als er die Treppe hochgeht. Ich musste so lachen. Das hat dich komplett verdrängt. Oh Vernon. Bist du vielleicht in die Gemälde? Nein. Dazu bist du viel zu klug. Vielleicht bist du unter dem Bett. Nein, auch nicht unter dem Bett. Vielleicht bist du im Schrank. Das ist schon völlig übertrieben, aber ich fand es einfach so toll. Und auch, dass Sigal das gespielt hat, im Wissen, dass er später sich kaum von seinem Stuhl aufbewegt, und dass er hier sogar versucht, witzig zu sein. Versucht uns. Naja, witzig. Das ist hochgradig gruselig. Ich habe sehr viel gelacht bei dieser Szene. Es war toll. Für mich hat es unterhalten. Es unterhält es so gut. Später unterhält es egal, nicht mehr. Dazu werden wir noch kommen, mein Freund. Es gab ein paar Monate, aber wir werden noch dahin kommen. Und naja, Vernon versucht ja, Storm zu killen. Er war im Schrank, oder? Ja, er hat sich im Schrank, hat er sich niedergekniet und hat auch wieder so eine abgesägte, doppelläufige. Was für ein geiler Killer-Move. Ich knie mich irgendwo hin mit einer... Ja, ich sage mal so, die Chancen standen gut, dass er jeden anderen damit erwischt hätte. Aber es ist Steven Sigal. Am Ende seines Filmes. Und er entreißt dem Senator die Flinte und stopft ihm damit das Maul. Und da, mein Gedanke war da permanent, sind da noch Zähne drin? Da sind nicht mehr so viele, würde ich nicht sagen. Nee, das dürfte ordentlich gescheppert haben. Boah, und der Blut, der fräst sie richtig widerlich. Und Storms Blick. Wie ist egal. Also der Typ, du willst so nicht sterben. Dein Gehirn fliegt raus. Und das Geräusch, alles, eine Waffe in der Fresse willst du nicht haben. Du willst vielleicht lieber von 200 Meter erschossen werden, dann ist es nicht so schlimm. Aber das ist schon übel. Das ist schon richtig übel. Du hast jetzt eine Knarre in der Fresse, ein riesen Geschoss, und wenn das Ding bumm macht, ist dein Hinterkopf, der ist weg. Naja, zumindest brauchst du dir da nicht drüber Gedanken machen, dass du noch irgendwas merkst. Aber das Letzte, was du merkst, ist nicht so toll. Nein, das Letzte, was du merkst, ist, dass du wahrscheinlich deine eigenen Zähne gerade verschluckst. Und dann sagt ja Storm, nein, ich töte dich nicht, du kommst ins Gefängnis. Der Tod ist viel zu gut für dich. Und dann bügt er sich, ja, und will ja die Handschellen, die Handcuffs, die Handschellen von diesem einen Typen, glaube ich, nehmen, um ihn zu fesseln, oder? Und im Moment will natürlich der Vernon zuschlagen mit dem Schürhaken wieder, oder? Aber ist egal, hey, ist egal, und der, Punch die, der hat das gewusst, der Segal hat das gewusst. Storm wusste, er wird diesen Move machen. Der hat es vielleicht sogar ein bisschen drauf angelegt. Er wollte es machen, um ihn noch weiter zu quellen. Und dann kommt dieser eine Move mit der abgesägten Schrotflin, die immer weiter runter geht zum Gemäch des guten Mannes. Zwischen den Beinen hängen bleibt. Und wie Vernon schreit, nein, 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 das ist ganz grosses Kino. Boom. Boom. Ich habe verfehlt. Oh, verfehlt. Das wäre noch nie passiert. I missed. I never missed. Dann waren deine Eier wohl doch ein bisschen kleiner. They must have been smaller than I thought. Und dann taucht das SWAT-Team auf. Und Storm, wir wissen, sie sind unschuldig. Lassen Sie den Mann gehen. Er kommt ins Gefängnis. keine Ahnung. Genau, und Andy kommt auch noch mal, wühlt sich am SWAT vorbei. Keine Ahnung, wie die da durchgekommen ist, dass sie keiner festhalten konnte, aber... Und vielleicht wollten sie noch zeigen, weil eben Sonny auftaucht und seine zukünftige Geliebte... Ja, natürlich. Dass das alles schon Hand und Fuß hat, dass sie sich da durch das SWAT-Team arbeitet, ist schon klar, warum. dass Andy genau weiß, wo der Mason hingeht und genau da. Aber ist egal. Ey, ganz ehrlich, der Film ist fertig. Ja. Lecko, Fanny. Zweieinhalb Stunden, Dominik. Wir haben zweieinhalb Stunden über diesen Film gesprochen jetzt. Über einen 92-Minuten-Film. Haben wir nicht gesagt, wir werden schneller sein bei diesen Besprechungen? Ich habe gelogen. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, habe ich auch erwartet, dass wir deutlich schneller sind. Tut mir leid, wenn wir... Ja, sprichst du jetzt zurück, um dich schneller macht, aber ich... Nein, nein, alles gut. Das war jetzt überhaupt, das war überhaupt nicht kritisch oder wertend gemeint. Denn eigentlich gibt Hard2Kill gar nicht so wahnsinnig viel her. Es ist nicht so wie bei Nico, dass da eine sehr komplexe Handlung erzählt wird, sondern ganz im Gegenteil. Ist halt wirklich auch das... gröbste runtergebrochen mittlerweile. Wie oft wir halt auch darüber gestolpert sind, dass da... Ja, ich sag mal so, Anschlussfehler, über die man sich Gedanken machen kann, drin sind, ne? Und deswegen habe ich gar nicht erwartet, dass wir jetzt so viel Zeit damit vollkriegen. Ich bin auch erstaunt. Wie lange waren wir bei Above the Law? 250 am Schluss? 220? 230? Wir sind fast länger, habe ich das Gefühl. Scheiße. Tut mir leid, ey. Na ja, ist so, wie es ist. Ja, genau. Was soll ich sagen? Wir haben rausgequetscht, was rauszuquetschen war. Massiv. Sag mal bitte, ein Podcast, der länger über Siegal geschrieben hat. Ich kenne noch keinen. Nein, nein, nein. Was wir noch wissen, dass Siegal und Regisseur Bruce Mammoth, die kommen nicht miteinander klar. Und Siegal hat auch später gesagt, es ist ein Wunder, dass dieser Typ überhaupt einen Fuß vor den anderen kriegt. Naja. Gut, da kann man jetzt wenig zu sagen. Ich glaube, ist da so viel drüber überliefert? Nicht wirklich. Zu dem Film ist, glaube ich, generell nicht so wahnsinnig viel überliefert. Wie oft bei diesen alten, nicht so riesigen Blockbustern gibt es nicht immer so viel. Auch hier auf der DVD ist, meinte ich, nicht mal ein Trailer drauf. Nee, da ist nichts drauf. Ich hatte sogar das Gefühl, dass Vern hier bei Sigalogy, der hatte auch Probleme, auf die Seitenzahl zu kommen, weil er sich ja viel über das erste Skript, was nicht verwendet wurde, ausgelassen hat und da so ein bisschen herausgearbeitet hat, welche Szenen fehlen und so. Und selbst da habe ich beim Lesen schon gemerkt, okay, ist nicht ganz so viel drin in dem Film. Gleichzeitig finde ich den aber wahnsinnig unterhaltend. Ich habe es ja, ich habe es ja, glaube ich, in einem Vorgespräch schon mal gesagt, für mich ist Hard to Kill so ein Partyfilm, weil er halt so komplett drüber ist. Steven Seagal, er ist hier nicht mehr, er ist nicht einfach nur groß, er ist überlebensgroß. Bigger than Jesus. Wie diese Simpsons, wie die Überspitzen, die damals ein Album hatten, Bigger than Jesus. Bist du ein Simpsons-Fan? Ja, auf jeden Fall. Die Überspitzen-Album, The B-Sharps, Bigger than Jesus. Wir haben doch ein Album, Bigger than Jesus. Das ist ja genau das Gleiche. Das ist egal, ist hier Bigger than Jesus. Und es sah sogar aus wie Jesus für eine Weile. Ja, das stimmt. Und offensichtlich, wenn du Jesus frisierst, dann sieht er aus wie Seagal, ohne Bart. Das ist Jesus. Das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Ganze Religion auf Seagal aufgebaut, ist ja komisch. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Der Seagal-Look-Test, das machen wir immer, wie schaut der Mann so aus? Ich muss sagen, bei Nico... Sharp. Sharp, oder? Überspitzen, The B-Sharps. Sehr, er sah sehr gut aus. Er hat wirklich einen handsome Typ, er ist ein Creep, ja, aber es ist ein handsome Creep irgendwie, das Gesicht muss man ihm geben hier. Die Haare wirken leicht dichter als vorher in Nico. Die Haarlinie ist weiter nach vorne gekommen, ist aber, warte noch kurz, die scheinen in Zukunft noch massiv dichter zu werden. Wir sehen eine erste Verdichtung der Haare, aber ich... das scheint alles auf chinesische Kräuter zurückzuführen sein, glaube ich. Das könnte gemahlener Hirschpenis sein, weil ich bin nicht ganz sicher. Ich bin nicht ganz sicher. Irgendwie sowas. Und das Seagal ist in guter Form, der wirkt nicht so abgemagert wie Nico. Nico war unfassbar schlank, oder? Der war ja schlagsig. Wirklich schlank auf sein Gesicht. Hier wirkt er einfach... nicht kräftig. Er wirkt in guter Form und hat ein paar Muskeln, nehme ich an. Ja, kann man so sagen, oder? Ja, würde ich schon sagen, ja. Also das ist schon... Er war gut drauf. Er war richtig... Also ich würde sagen, weder positiv noch negativ. Er war einfach... Ja, war Aris an dem Punkt, an dem er gerne für immer hätte sein können. Ja. Stimmt. Okay. Genau. Da hätte er sich mal ein bisschen mehr daran festhalten können. Ja. Auf der verletzten Skala... Ich fühle mich jetzt mal wieder weiter. Wir hatten ja bei Nico... Drei Schüsse in die Brust. Mehr nicht. Schüsse in die Brust. Schüsse... Drei Schüsse in die Brust. Drei Schüsse... Nur drei? Ja. In die Brust. Nur drei. Nur drei. Nur drei, die aus der Schrotflinte überlebt. Verdammt. To kill. Alles klar. Ist notiert. Und jetzt kommt eigentlich noch das Relevanteste. Denn wir benoten ja Sigal-Filme in... Pferdeschwänzen. Pferdeschwänzen. Warum? Mal Steven Sigal in Pferdeschwanz trägt meine Freunde. Und einfach zur Wiederholung. Wenn wir eine 10 vergeben, dann ist das auf der Sigal-Skala. Nicht auf der generellen Filmskala. Gut, dass du es nochmal sagst. Also das muss man schon mal wirklich... Muss man wirklich herausarbeiten. Denn das ist keine normale Bewertung. Das ist nicht... Also auf der Sigal-Skala wäre es für mich in Casablanca eine 20 vielleicht. Ich kann das nicht mal... Ja, das ist eine reine... Eine reine Sigal-Skala. Ja, nichts anderes. Oder... Also Janusz, hau raus. Auf deiner Sigal-Skala, wo steht denn bitte Hard to kill? Ja. Was hatte ich für Nico gegeben? Eine 6 bis 7, ne? 6 bis 7 irgendwas meinte ich. Ja. Ich würde Hard to kill auch Hard auf einer 7 anlegen. Ach echt? Ja, weil... Okay, jetzt bin ich überrascht. Meinst du höher? Oder niedriger? Ja, ich dachte, du gehst... Das ist ein Partyfilm. Das weißt du... Ja, das ist ein Partyfilm. Aber das heißt ja nicht, dass es mein Lieblings-Skala-Film ist. So. Ne? Und da kommen einfach danach noch welche, die... die ich deutlich höher ansiedle. Ist so. Ne? Und insofern braucht man ja auch ein bisschen Luft nach oben. Da darf man jetzt... Also man braucht sowohl, weiß egal, viel Luft nach oben am Anfang und dann viel Luft nach unten. Also... Versuche ich das mal so ein bisschen für mich einzuordnen. Und deswegen setze ich den auf eine 7. Ja, ist ein Partyfilm. Weil... Weil es egal halt so... Er ist halt einfach ein Assi-Proll in dem Film. Assi-Proll. Er ist so ein Proll. Und ich finde das so krass, dieses Auseinanderfallen zwischen der eigenen Wahrnehmung, die es Segal selber in diesem Film an den Tag legt. Ne? Halt dieser Gutmensch. Ein übergroßer Familienvater. Ähm... Der auch noch in China das Kämpfen gelernt hat. Der sich mit chinesischer Medizin auskennt. Der nach sieben Jahren Koma sich wieder zurück ins Leben arbeitet, ne? Und dann trainiert wie so ein Wolf. Der einfach, wie ich gerade schon sagte, überlebensgroß ist, ne? Was alles irgendwie in so eine Eigenwahrnehmung von ihm selber reinfällt. Und dann der gleichzeitig aber dieser Fremdwahrnehmung des Zuschauers, der halt, wie ich gerade sagte, einfach nur einen Proll auf der Leinwand sieht, der ganz offensichtlich einen richtig rostigen Nagel im Kopf hat. Gerade am Ende, als er den Psycho raushängen lässt und ein gewaltiges Aggressionsproblem hat. Und ich weiß nicht, das ist einfach ein Creep. Und das... Und dieses... Diese Schere, die so weit auseinander geht, ne? Und so gar nicht irgendwie ineinander greifen will, macht den Film einfach total unterhaltsam. Ich glaube, wenn du einen Film wie Death Sentence anschaust, kennst du den? Mit Kevin Bacon? Mit Kevin Bacon, ja. Da siehst du eine ziemlich ähnliche Rache-Geschichte. Sie ist nicht gleich, aber da wird ja der Sohn auch erschossen. Der Sohn stirbt nicht. Die Frau, glaube ich, der Sohn stirbt. Die Frau weiß ich gar nicht mehr, keine Ahnung. Aber da siehst du den Wandel, den ein Darsteller wie ein Kevin Bacon mitmacht. Aber er ist auch ein anderer Darsteller. Ein anderer Typ. Ein anderes Kaliber eines Darstellers. Er war ja wirklich im Film vom Allstin, von meinem Vater, vom Saulus zum Paulus. Und das machte völlig Sinn. Siegall kann jetzt das nicht spielen. Oder der Regisseur hat es auch nicht fertiggebracht, ihm die entsprechenden Szenen zu geben. Aber du weißt einfach jetzt... Ich glaube, Siegall wollte solche Szenen auch gar nicht haben. Das ist ein reiner Selbstinszenierungsfilm. Wie wir jetzt schon mehrfach festgestellt haben. Auch durch die Trainingsmontage, durch die er ja im Endeffekt erst überlebensgroß wird. Er zementiert wirklich das, was er sein möchte, auf der Leinwand. Ja, total. Und ich muss trotzdem sagen, ich gebe dem Film ja auch... Sorry, Bier. Entschuldigung. Ich gebe dem Film auch sieben Pferdeschwänze. Das war mir ganz klar. Ist von den ersten paar Filmen nicht mein Liebster. Nein, meiner auch nicht. Ich mag... Der Film wird ja eigentlich nie wirklich langweilig. Hast du auch schon gesagt. Aber eben irgendwann fragst du dich mal, hey, es sind 40 Minuten rum und es ist eigentlich action-technisch nicht viel gegangen. Genau, es passiert action-technisch nicht viel. Action-Befriedigung bekommst du nicht. Ja, genau. Und deswegen fällt er, glaube ich, auch oft hinten rüber in den ersten, ich sage mal, vier Filmen, die ich so als die Frühwerke bezeichnen würde. Ja, ich würde fast sagen, es ist von den Filmen der schwächste. Und trotzdem macht er mir so viel Spaß. Das ist halt auch so verrückt, ne? Ich habe Nico zwar niedriger angesetzt, aber nicht aufgrund der Tatsache, dass der irgendwie nicht genug Action bietet oder mich nicht genug unterhält oder so, sondern weil ich die Story dahinter unnötig kompliziert finde. Ja, voll. Und der Zugang zu Nico ist halt schwierig. Wir haben uns ja auch in Ast abgebrochen, um über die Story zu sprechen. Hier musst du mir nicht kurz überlegen, du sag mal, dieser Salgano und der Anwalt und die Pam Greer und ficken die. Ja, ganz genau. Da kannst du halt ganz viel reininterpretieren. Der Zuschauer muss sehr viel am Ball bleiben und so. Deswegen habe ich den nicht ganz so hoch angesetzt. Und hier ist es aber so, hier fällt das halt ganz krass auseinander. Du hast auf der einen Seite die super simple Story und auf der anderen Seite aber zu wenig Action, die man in diese simple Story hätte reinpacken können. Es hätte durchaus wesentlich mehr sein können, obwohl zwei Millionen mehr auf der Uhr standen. Ja, absolut. Und ja, also nochmal, Nico war ja eigentlich quasi ein wunderbar asiatisches Essen mit Reis und so weiter. War einfach gut. Das war Fast Food. Das war absoluter Fast Food. Hey, das schmeckt. Geiler Burger, Fritten und Pommes, Fritten und Cola. Was willst du mehr? Milchshake noch. Ja, das geht. Auf jeden Fall. Ab und zu muss das auch sein. Ja, muss ab und zu sein. Und ich habe es wirklich genossen, den Film zu schauen. Immer noch. Auch nach zehn Jahren. Und ich schwöre, ich habe den mindestens 20 Mal gesehen. Das ist kein Witz. Also ich habe den als Jugendlicher so oft gesehen. Du hast ja nur eine gewisse Anzahl Filme gehabt. Und Hard to Kill. Immer wieder. Immer wieder. Und er ist immer noch für mich ein sieben von zehn. Ich kann nicht weniger. Es geht nicht weniger. Ich würde ihn aber auch, weißt du, wenn ich jetzt generell den bewährt auf einer Film, auf Moviepilot, wo ich oft bewährt, oder auf Flatterbox. Ich würde ihm da auch wohl eine sieben von zehn geben, weil es ist mein Gefühl. Aber im Wissen, ich kann das nicht, ich kann nicht in Competition, wenn ich einen Hitchcock und einen sieben von zehn habe und der, dann ist es ein Witz. Aber es ist ja mein Gefühl. Meine Gefühlskala, oder? Und hier sieben Pferdeschwänze von zehn für Mason Storm. Großartig. Sind wir uns einig. Das ist doch wunderbar. Schön. Eine weitere Etappe. Wir genießen es hier auf den Höhen von Warner Brothers, auf den Warner Brothers Höhen momentan. Es ist toll. Ja. Aber wir werden die Höhen kurz verlassen. Das fühlt sich richtig gut an. Ja, aber noch nicht. Wir gehen auf eine andere Bergkette. Wir gehen kurz zu 20th Century Fox für das nächste Mal, oder? Stimmt. Wir gehen auch. Ich freue mich richtig. Also den nächsten Film, den habe ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Viel, viel länger her. Ich glaube, das ist auch einer von den Filmen aus der Frühphase, die ich am wenigsten gesehen habe. Wenn ich da auf drei... Jamaika-Mann. Ja. Wenn ich da auf drei Sichtungen komme, dann wäre das schon viel. Also, ja. Wirklich. Krass, oder? Sagen wir vier Sichtungen. Meine Damen und Herren, werden wir beim nächsten Mal in unserer Segal-Besprechungsreihe besprechen Mr. Lange und Mr. Hook den Film zum Töten freigegeben. Marked for Death. Auch aus dem Jahr 1990. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich habe den wohl sogar noch mehr als 20 Mal gesehen. Glaube ich dir. Das ist einfach so. Aber wie du sagst, wir wollen nicht zu viel verraten. Nein, aber ich könnte jetzt schon loslegen. Oh mein Gott, wir... Ich freue mich, Janne, ich freue mich tierisch. Wenn wir es richtig packen, dann können wir vielleicht noch im Juni mal sehen, ob wir Zeit finden. Schauen wir gleich noch kurz Offtop, Offline an. Ja, machen wir. Und allen da draußen, ich möchte mich wieder herzlich bedanken. Wir haben übrigens viel Feedback bekommen für Nico. Viele Leute haben es genossen. Auch Spike vom Cinesis-Podcast. Hey, so geil, wie ihr das besprochen habt. Hat richtig Bock bekommen, Nico zu schauen. Das wollen wir doch. Das wollen wir reichen. Wir wollen, dass die Leute Bock haben. Ja, das freut mich total zu hören. Ey, danke, danke an alle ZuhörerInnen da draußen. Mega. Ich glaube, wir machen da was richtig Lustiges. Und auch, dass wir uns die Zeit nehmen, uns durch die Filme zu quatschen und wirklich mal die Story auseinanderzurupfen. Das ist ja, das ist schon toll, was wir hier machen. Das hast du schon ein bisschen Märchen erzählen. Das ist großartig. I love it. I love it. Ein Märchen voller Blut und gebrochener Knochen. Boah, dem kann ich nichts mehr hinzu. Das ist schön. Das ist gut. Das muss ich mir gleich aufschreiben. Und ich wünsche euch allen da draußen, dass ihr so einen Freund findet wie Kevin O'Malley. Lieutenant Kevin O'Malley, der wahre Held dieses Films. Rest in Peace, mein Freund. Danke. Der Dank geht raus an O'Malley. Macht's gut. Bis bald. Haut rein. Tschüss. Ciao von au.